Ja, einen wunderschönen guten Tag zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bevor es hier mit dem eigentlichen Podcast losgeht, und ihr merkt schon, normalerweise ertönt jetzt hier so die Startmusik von dem kleinen Podcast hier, noch zwei persönliche Dinge. Zum einen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei allen von euch bedanken, die mir in den vergangenen Tagen liebe Gratulationswünsche haben zukommen lassen. Via Twitter, via Facebook, Instagram, Patreon, Mail, Brieftaube, ich weiß nicht was, es kam so viel rein. Ich möchte mich da ganz herzlich für bedanken. Also, ja, mein Sohn ist am Montag auf die Welt gekommen, Mika mit Namen, und ihm und meiner Freundin geht's gut, mir geht's auch gut. Wir sind sehr glücklich, dass das alles so gut geklappt hat, dass es keine Komplikationen gegeben hat. Und ja, wir sind jetzt eine kleine Familie, ihr habt daran ein bisschen teilgenommen. Ich hab's ja auch auf Twitter zum Beispiel gepostet und auch auf Facebook gepostet. In dem Sinne sag ich da noch einmal vielen, vielen Dank für eure lieben Glückwünsche und Gratulationswünsche. Auf der anderen Seite aber hat uns diese Woche auch eine sehr, sehr traurige Nachricht erreicht, und das ist der Tod von Carsten Beck, dem ehemaligen WXW Unified World Wrestling Champion. Jemand, der das Wrestling in Deutschland gelebt hat, der das Wrestling in Deutschland geliebt hat, der zu einer prägenden Figuren von WXW geworden ist, und der viel zu früh aufgrund einer Tumorerkrankung im Alter von 34 Jahren aus dem Leben gerissen worden ist. Viel zu früh. Das hat uns alle sehr, sehr schockiert. Und aufgrund dieser Nachricht haben wir uns dazu entschieden, dass wir auch noch einen Rückblick und einen Nachruf auf Carsten in der kommenden Woche aufnehmen werden. Das werden Shaggy und ich machen. Wir beide kannten Carsten ganz gut. Also ich habe beispielsweise Conversations mit ihm aufgenommen. Ich habe mit ihm das Warm-up-Panel hier und da mal gemacht. Und auch Shaggy ja mit ihm diverse Male unterwegs gewesen. Also uns hat das wirklich hart getroffen. Wir sind sehr traurig und wir vermissen Carsten. Und deswegen möchten wir da in der kommenden Woche noch einmal auf seine Karriere zurückblicken, auf seine Geschichte, auf das, was er dem Wrestling in Deutschland gegeben hat. Und ich kann jetzt schon sagen, Carsten, wir vermissen dich. Und ich wünsche hier im Namen der gesamten Headlock-Mannschaft, Carstens Familie, Carstens Freunden und Carstens Hinterbliebenen wirklich ganz viel Kraft in dieser furchtbar schweren Zeit. Und ja, Leben und Tod liegen manchmal sehr, sehr dicht beieinander. Das war wirklich ein Auf und Ab der Gefühle in dieser Woche. Und in dem Sinne entlasse ich euch jetzt auch in das Hauptthema, das ist natürlich die größten Stars von ECW. Shaggy und ich haben den Podcast schon vor der Geburt meines Sohnes aufgenommen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Und natürlich, wenn ihr mögt, schreibt uns da auch gerne, was sind eure Lieblingsstars von ECW. Aber jetzt erst mal ab dafür mit Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und den größten Stars der ECW. Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 348. Heute sprechen wir über die größten Stars von ECW. Mein Name ist Olaf Leich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Michael Shaggy-Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy. Wunderschönen guten Tag, Olaf. Ja, unser möglicherweise letzter Podcast vom Zuwachs. Eigentlich nicht, Shaggy. Aber eigentlich auch wiederum doch, weil wir nehmen den Podcast hier vorher auf quasi, wo Shaggy jetzt nicht dran gedacht hat, aber wir nehmen den Podcast hier vorher auf, weil quasi jetzt in der vergangenen Woche ist es bei mir richtig losgegangen. Und das Baby-Update werdet ihr dann wahrscheinlich bei Zeiten in der nächsten Ausgabe hören. Aber wir haben uns gedacht, um hier den wöchentlichen Rhythmus beizubehalten, nehmen wir einfach auch so ein bisschen ein allgemeineres Thema. Die größten Stars von ECW, da kann man hervorragend in Erinnerung schwelgen, kann ein bisschen schwadronieren, was einem damals an ECW und den Wrestlern dort so gut gefallen hat. Deswegen haben wir das so als vorpräpariertes Thema hier genutzt, Shaggy. Und ja, ECW ohnehin ja auch was, was heutzutage auch noch sehr populär ist. Ich merke das immer wieder bei unseren Hörern. Da sind einige dabei, die die ECW auch 19 Jahre, 20 Jahre fast danach noch absolut lieben und verehren. Das ist verrückt, wie lange das schon her ist, wie schnell die Zeit auch vergeht. Wir haben ja vor kurzem bei den Helden aus der zweiten Reihe, Patreon und Steady, könnt ihr es hören, noch nachhören, da haben wir über Paul Heyman geredet. Und da mussten wir ja auch viel über die ECW reden. Und da haben wir gemerkt, wir haben Bock. Wir haben wieder ein bisschen ECW geschaut und haben auch Bock, über die ECW-Stars zu sprechen. Genau, wir hatten auch das Watch-Along natürlich zu ECW One-Night-Stand. Kein klassischer ECW-Event, aber eine ECW-Reunion-Show, die ja doch sehr stark das Flair der alten ECW eingefangen hat. Und Steady, dann lass doch hier gleich mal in das Thema einsteigen. Die Frage ist ja immer so ein bisschen, ich frage immer erst mal so was Allgemeines. Und wer ist für dich der Wrestler, das Talent, was auch immer, was dich bei ECW so am Anfang als erstes gecatcht hat? Wenn du ECW hörst, wer ist da der Name? Da muss ich ganz klar einen bestimmten Namen nennen. Und da wirst du vielleicht überrascht sein, für mich vielleicht auch mit der größte Star bei ECW. Mal abgesehen von der Liga selber, weil die hat es auch wirklich geschafft, ein bisschen über ihren Stars zu stehen. ECW war immer das Konstrukt über den Wrestlern. Deswegen gab es ja auch nicht die Chance für die Wrestler meistens, sondern es gab ja wirklich immer ECW-Chance. Und das war schon auch was Besonderes. Also mein Wrestler, der mich so ein bisschen bei ECW gehalten hat, mich zu ECW gebracht hat und für mich mit der größte ECW-Superstar war, weil ich einfach auch seinen Charakter am interessantesten fand und auch so die Geschichte, die er erzählt hatte, war Waven. Okay. Could you please elaborate on that, hat mein Englischlehrer früher immer gesagt, wenn man so einzigliche Antworten gegeben hat. Das war doch eine lange Antwort, das war doch keine einzigliche Antwort, das war eine lange Antwort. Du hast eigentlich nur den Namen gesagt und davor ganz viel anderes. Also ich mochte, ich fand, er hatte so diesen mysteriösen Charakter, abgesehen davon, dass ich den Wrestler, Scott Levy, ja auch vorher schon sehr mochte, als Johnny Polo, Scotty Flamingo, ist er mir schon aufgefallen. Und ich hatte irgendwie so einen kleinen Crush an diesem Wrestler irgendwie gefunden, ich mochte den sehr. Und gerade, als er dann bei ECW aufgetreten ist, gab es ja so einen richtigen Charakterwandel von diesem Schnösel Johnny Polo. Das war ja nur eine kurze Zeit inzwischen zu dem Crunch-Lieb und ich war auch ein großer Crunch-Fan, übrigens Nirvana, Pearl Jam, das waren meine Bands. Also wirklich auch dann dieser mysteriöse, ja, Sektenführer-Charakter, der dann auch so Leute um sich gescharrt hat. Und auch dieses Quote, The Waven, Nevermore, großer Edgar Allan Poe-Fan war ich auch. Und das ist ja ein Zitat aus dem Gedicht Waven von Edgar Allan Poe. Also da hat einfach irgendwie so alles gepasst, die Art und Weise, wie er gesprochen hat, auch die Geschichten um ihn, die fand ich einfach super. Das war mein Wrestler zu der Zeit. Okay, da sieht man immer wieder mal, wie die Geschmäcker da auch ein bisschen auseinander gehen. Bei mir war es ganz klassisch, glaube ich, wie bei vielen auch, Rob Van Damme. Also Rob Van Damme war jemand, der mir sofort aufgefallen ist. Ich glaube, eines der ersten Matches, die ich damals gesehen hatte, war eben auch Rob Van Damme gegen Jerry Lynn. Und das hat mich sofort rübergebracht irgendwie. Und da habe ich gesagt, das ist ja krass, sowas siehst du ja bei der WWF und bei der WCW nicht. Das ist ja was ganz, ganz anderes. Und Rob Van Damme und Jerry Lynn und Sabu, das waren auch so Namen, die haben mich da absolut zur ECW gebracht. Aber du hast gerade hier eingangs auch was Interessantes erwähnt, weil da bin ich auch so auf den Trichter gekommen, eigentlich während ich hier so über das Thema nachgedacht habe. Klar, wir werden gleich so ein bisschen das aufteilen. Wir sprechen über unsere Top-5-Tag-Teams. Da habe ich eine Liste aufgestellt. Shaggy wird es wahrscheinlich dann komplett dementieren und auseinandernehmen. Ich habe eine Top-10 an Wrestlern aufgestellt. Auch das wird Shaggy dann irgendwie kommentieren und wird dann sagen, Olaf, du hast wieder keine Ahnung, wie er das immer so tut. Aber im Nachgang ist mir auch so aufgefallen, dass natürlich da auch einige Namen gar nicht so richtig reinfallen. Und zum Beispiel, welche Position nimmt für dich ein Paul Heyman rein, einen, den ich jetzt hier zum Beispiel nicht in die Listen genommen habe? Ja, ohne Paul Heyman hätte es die ECW so auch nicht gegeben. Der kam damals auch im Eastern Championship Wrestling und hat dann aus dem Produkt, des sowieso schon relativ coolen, interessanten, independent Produkt, nenne ich es mal, wirklich die ECW geformt. Die Art und Weise, wie ECW sich präsentiert hat. Die Charakterbildung, jeder Wrestler hatte auch einen interessanten Charakter. Und ja, auch dieses Moderne, dieses Frische, dieses eher jüngere Männergerichtete Produkt. Das hat er wirklich, wirklich selber aus seinem Mastermind herausgeholt und hat die ECW zu dem gemacht, was sie war. Und ihn hätte es die sicherlich nicht gegeben. Aber er hat ja auch das Talent, Leute zu bequatschen und auch von seiner Vision zu überzeugen. Und das hat er mit so ziemlich allen Wrestlern, die hier waren, auch gemacht. Du hast gerade das Stichwort Sektenführer angesprochen. Auch das passt sehr gut zu Paul Heyman auf eine gewisse Art und Weise. Aber wir sprechen ja über die größten Stars. Ist ein Paul Heyman, auch wenn er kein Aktiver gewesen ist, aber ist er für dich einer der größten Stars, die ECW hervorgebracht hat? Ja, zumindest wenn man in die zweite Reihe schaut. Klar war er jetzt nicht immer präsent vorne. Er ist auch öfters im Ring gewesen, hat auch seine Interviews gegeben. Aber man wusste ja, dass ECW ist Paul Heyman. Und der größte Star überhaupt bei der ECW war die ECW selber. Und damit natürlich dann auch Paul Heyman. Ich sehe es nämlich auch so, dass ein Paul Heyman ... Nicht umsonst kommen die Leute ja noch heutzutage mit ECW-Chance, wenn Paul Heyman da ist. Das hört man ja auch heutzutage noch immer wieder. Ich glaube eben auch, klar ist er jetzt nicht ein Star, der irgendwie da auf der ganz, ganz großen Bühne sich da präsentiert hat. Das wollte er ja auch nicht. Klar, er war hier und da, gerade in dieser Network-Storyline, da war er ja auch immer wieder präsent und hat sich da in den Promos gezeigt. Aber er war natürlich dann eher der, der im Hintergrund die Strippen gezogen hat. Aber ich sehe es eben trotzdem so, dass er auch jemand ist, der absolut synonym für den Namen ECW steht. Und dass er auch einer der größten Stars ist, die ECW hervorgebracht haben. Weil, sind wir ehrlich, klar, er war davor schon bekannt. Haben wir schon in Hell in der zweiten Reihe erwähnt. Hier Dangerous Alliance bei der WCW zum Beispiel. War er durchaus ein großer Name. Aber ich glaube, erst durch diese Art und Weise, wie man ECW platziert hat, wie er auch da seine Vision umgesetzt hat und wie er sich da eben auch gezeigt hat, ist er dadurch eben noch, noch viel bekannter geworden. Und ich glaube, ohne Paul Heymans Fähigkeiten, sowohl was die Storytelling angeht, als auch die Präsentation, als diese ganze Vision, wäre ECW nicht das gewesen, was wir jetzt 20 Jahre später noch besprechen. Deswegen gehört er eigentlich auch für mich in diese Liste rein. Aber ich habe ihn eben trotzdem rausgenommen, einfach weil wir uns da auf die Aktiven beschränken wollten. Genauso auch, Jackie, wie wichtig war die Crowd für die ECW? Weil auch das hat natürlich das ECW-Produkt zur damaligen Zeit absolut von WWF und WCW abgesetzt. Ja, absolut. Die Crowd hat auch wirklich das Produkt getragen. Die Stimmung war unglaublich, wenn beispielsweise ein Sandman zum Ring kam, wie man da wirklich auch mitgesungen hat. Und auch, dass die Crowd ja auch, das waren ja wirklich eingefleischte Fans, die wirklich hinter der ECW standen. Das waren ja auch oft die gleichen Fans auf den gleichen Plätzen dann auch. Man kannte sich untereinander, das war eine große Familie, man hat da miteinander gefeiert, man war Teil des Produkts, muss man soweit sagen. Also ohne die Chance, ohne das Publikum, so wie es war, wäre die ECW auch nicht so das gewesen, wie sie dann nach außen getragen wurden. Die Fans machen bei jedem Wrestling-Produkt sehr, sehr viel aus. Man sieht es beispielsweise bei der WXW hier in Deutschland, wo die Fans direkt am Ring sind. Dadurch kommt eine besondere Atmosphäre auf. Wir schauen nach England, wo, egal ob es jetzt bei Progress gewesen ist oder auch bei NXT UK, gut, aktuell eben nicht. Dankeschön Corona dafür. Aber wo eben auch eine besondere Atmosphäre gewesen ist. Und dann eben auch bei der ECW-Crowd. Und du hast richtig gesagt, da gab es ja auch diverse Fans. Shaggy, die waren ja quasi auch bekannt, weil die immer an der ersten Reihe standen. Und du wusstest genau, ja, da ist der Typ mit dem Strohhut und da ist der und da ist der. Ja, ganz genau. Und das war wirklich auch entscheidend. Und die haben ja auch ... Also ich meine, es wäre verwundert gewesen, wenn der zum Beispiel auch der Strawhead-Guy einfach mit dem Hawaiian-Shirt einfach nicht da gewesen wäre. Dann hätte irgendwie was gefehlt. Der gehörte genauso zu einem Produkt wie die Wrestler, die auch aufgetreten sind. Also die Fans waren wirklich Teil des Produkts. Und so hat man das nie wieder gesehen. Jetzt heutzutage ist es eher so, wenn man immer diese gleichen Wrestling-Fans, als es noch Fans in der Halle gab, gesehen hat in der ersten Reihe, hat man gedacht, oh, der ist schon wieder, oh, der ist schon wieder. Oh, den mag ich auch nicht. Oder der Dicke hier bei NXT oder wen auch immer man nicht mag. Aber hier war es ganz anders. Hier hat man sich gefreut, die Fans zu sehen und auch die Freude, die Fans zu erkennen. Das war wirklich wichtig und auch Teil des Produkts. Absolut. Auch vielleicht nicht unbedingt der Star von ECW, aber trotzdem etwas, was das Produkt natürlich sehr, sehr stark von den anderen Produkten zur damaligen Zeit abgesetzt hat. So, damit starten wir jetzt hier einfach mal den Rundown. Vielleicht ganz kurz, ich weiß, du magst es nicht, Einen sollten wir, wenn wir jetzt solche Leute erwähnen, müssen wir einen auch ganz bestimmten erwähnen, der auch jetzt nicht in der Rangliste zu finden ist, da ja nur kommentiert hat. Denn Joey Styles, auch der war total wichtig für ECW. Gerade seine Stimme, das war die Stimme von ECW. Und der hatte ja auch eine eigene Art auch zu kommentieren. Entweder man mochte es oder man mochte es nicht. Aber zu ECW hat es fantastisch gepasst. Ja. Oh mein Gott, sage ich dazu nur. Ja, da war auch jemand, der ist mir auch aufgefallen. Auch das absolut wichtig und richtig, dass du das hier noch irgendwie erwähnst. Und auch so ein paar andere Charaktere, wenn wir jetzt da gerade schon so bei sind. Auch zum Beispiel so ein Joel Gertner ist mir da immer aufgefallen. Oder ein Cyrus als ein Beispiel. Also das waren auch so Leute, gerade auch im Kommentar oder dann in irgendwelchen Segmenten, die mir super gut gefallen haben. Aber lass doch jetzt vielleicht trotzdem mal hier diese kleine Tag-Team-Hitliste erst mal so ein bisschen durchgehen. Da frag ich dich erst mal, wir sehen heutzutage bei WWE Tag Team Wrestling eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Bei der AEW natürlich absolut im Fokus. Wie hast du damals so allgemein das Tag Team Wrestling bei ECW gesehen? War das für dich ein Seller? Das war definitiv ein Seller. Man hat ja auch viele, also zumindest die meiste Zeit über, viele fantastische Tag Teams oder auch in der späteren Zeit noch viele coole Teams irgendwie dazu bekommen. Das war immer eine tolle, tolle, die Tag Team Matches, auf die habe ich mich immer gefreut. Gerade auch dann, die Tag Team Szene war ja wirklich gut gefüllt mit richtig, richtig geilen und auch verschiedenen Tag Teams. Also man hatte da viele Teams, die man einfach mochte, viele Teams, die man nicht mochte. Und ich war ein großer Fan der Tag Team Division von ECW. Ja, sag mal, wen wir hier so aufgeschrieben haben, so als Stichwort. Also darfst du jetzt hier ruhig ... Ich will mal erst mal rechts von deiner Liste. Ich würde jetzt gerne mal ein paar Teams nennen, die es nicht in deiner Liste geschafft haben. Mach mal. Ich habe ja nur fünf genannt. Also ich hatte auch noch mehr, die ich auf dem Zettel hatte. Aber ich habe erst mal gesagt, komm, wir legen mal so fünf fest, die für mich die Top 5 gewesen sind. Und ich habe mir schon gedacht, dass du dann noch jemanden hast, den du ergänzen möchtest, wie zum Beispiel die Blue World Order. Die Blue World Order muss man auch als Tag Team nennen. Aber die hätte ich jetzt gar nicht ergänzt, sondern eher so Teams, die aus der frühen Zeit auf jeden Fall die Pitbulls, die da auch eine große Dominanz hatten und auch wichtige Storys hatten. Auch natürlich zu nennen, in Balls Mahoney und Axel Watten, die ja auch lange als Tag Team angetreten sind, die sind sicherlich total wichtig. Oder auch später Roadkill Danny Doring zum Beispiel. Oder vor allem auch so was wie die Impact Players. Ja, die Impact Players, da habe ich auch hin und her überlegt, ob ich die mit reinnehmen sollte. Aber ich finde, die sind beide prägnanter als Singles Wrestler gewesen. Das ist richtig. Also zumindest auf jeden Fall ein Just Incredible. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, aber das sind auch Teams, die man, die sicherlich, später auch noch die zusammengewürfelten Teams, wie dann mal die Gangster Naders, die auch eine kurze Zeit wichtig waren. Oder Spike Dudley mit verschiedenen Partnern. Oder auch ein Mikey-Wilk-Projekt zusammen mit Tachiri dann später auch. Stimmt, ja. Das FBI haben wir ja auch noch übrigens. Das FBI natürlich auch noch im Tag-Team-Bereich. Also da gibt's noch einige. Aber so, ich bin im Großen und Ganzen mit deiner Tag-Team-Auswahl auf jeden Fall d'accord. Okay. Ich hab dann nämlich auf den fünften Platz Rob Van Damme und Sabu gesetzt. Auch das natürlich Leute, die sehr im Singles-Bereich aktiv gewesen sind. Aber die auch als Tag-Team hervorragend funktioniert haben. Wobei man da auch sagen muss, dass ihre Matchqualität auch von Tag zu Tag irgendwie geschwankt ist. Bei manchen Kämpfen hat man auch das Gefühl gehabt, die übertreiben es ein bisschen. Manche Matches waren absolut herausragend. Was sind da deine Erinnerungen an dieses Tag-Team? Und sag jetzt bitte Bill Alfonso. Auf jeden Fall Bill Alfonso. Also zusammen mit Bill Alfonso, das war so einer der nervigsten. Ein Manager muss ja die Eigenschaft haben, nervig zu sein. Klein vielleicht nervig. Und das hat Bill Alfonso voll und ganz erfüllt. Der war ja vor der Referee bei der WWE oder WWF in dem Fall. Und dann später auch bei ECW in der Zeit. Aber dann wurde er Manager mit seiner Pfeife und seinem Outfit später noch zu Tess gewechselt, in der Fede mit Sabu und Tess. Also das war jemand, der einfach zu diesem Team auch irgendwie gepasst hat. Rob Van Dam und Sabu sind so unterschiedlich und doch irgendwie gleich. Die hatten einen Stil, der einfach super gut harmoniert hat. Und gerade die Tag-Team-Spots, die beiden zusammen hatten, die waren schon richtig geil. Ich muss sagen, klar, ich würde sie auch eher in den Einzelbereich stecken. Da haben sie noch größere Fußstapfen hinterlassen. Wobei ich nicht der Meinung bin, dass Rob Van Dam so weit oben in deiner Singles-Liste steht, wie er jetzt auch stehen wird. Den sehe ich viel weiter unten. Aber klar, der hat danach auch bei der WWE noch große Geschichten gehabt. Und deswegen sicherlich im Nachhinein betrachtet als größerer ECW-Star gilt, als er eigentlich bei der ECW letzten Endes war, wenn man ehrlich ist. Das ist eben das Spannende. Aber ich finde eben, deswegen führt er auch sehr, sehr viele Listen an. Man guckt natürlich auch so, wer hat zum Beispiel solche Listen schon mal gemacht, wer hat darüber schon mal geschrieben. Und Rob Van Dam führt sehr, sehr viele Listen an. Und ich glaube, der Grund dafür ist, um das so ein bisschen vorwegzunehmen, weil er einfach auch in anderen Promotions wirklich große Erfolge gefeiert hat. Also Rob Van Dam bei der WWE war diverse Male Intercontinental Champion. Ich glaube, sechs Mal, wenn ich mich komplett täusche, war WWE Champion, Mr. Money in the Bank, Tag Team Champion und so weiter und so fort. Ganz viele ECW-Wrestler waren eben auch nur bei ECW wirklich richtig stark und richtig im Fokus. Und bei anderen Promotions haben die dann eher die etwas kleineren Rollen gespielt. Deswegen glaube ich, ist Rob Van Dam da auch größer. Obwohl er, da gebe ich ja auch vollkommen recht, bei der ECW selber, klar, er war letztlich da nur TV Champion. Irgendwie, war lange Zeit. Aber lass uns über den Single-Wrestler Rob Van Dam später noch mal sprechen. Ich lass uns hier bei dem Team bleiben. Ich finde, die haben auf jeden Fall eine Zeit, waren sie wirklicher Eckpfeiler der Tag Team-Division und von daher auch zu Recht eines der wichtigen Tag Teams. Definitiv ein Sabu. Der hat ja auch außerhalb, zwar auch mal, ist ja oft das auch mal angetreten, aber so richtig groß, außer mal in Japan, hat er da nicht für Aufsehen gesorgt. Also das ist ganz klar auch ein ECW-Wrestler, der seine größte Zeit bei der ECW hatte. Genau, waren zweifache Tag Team Champions zusammen. Also das auf jeden Fall ein Team, was sich bei ECW bewährt hat und da eben auch gerade für die Highspots gesorgt hat. Du hast gerade gesagt, die Tag Team-Manöver zwischen den beiden, wo die dann einfach mal kreuz und quer quasi ihre Trademark-Top-Rope-Aktionen gezeigt haben. Der Leg Drop von Sabu, der Five Star Frog Splash von Rob Van Dam, dann teils durch Gegner, die auf Tischen gelegen haben und dann übereinander gesprungen sind. Das war schon super spektakulär. Deswegen habe ich die jetzt hier genannt. Und ich bin jetzt mal gespannt beim nächsten Platz. Da war ich nie ein großer Freund von, aber ich finde, die haben auch das Bild von der ECW so geprägt. Ich habe die Gangsters hier aufgeschrieben. Und Shaggy, Gangsters, das sind ja New Jack und Mustafa gewesen. Keine tollen Wrestler irgendwo, aber gerade New Jack schon für die ECW sehr, sehr wichtig irgendwo, weil er, ich finde, diesen Anarcho-Stil der ECW so extrem verkörpert hat. Wie siehst du das Tag-Team? Wichtig und erinnerungswürdig. Und das Tag-Team, Mustafa Said hieß er ja dann auch mit vollem Namen. Ich war auch kein großer Fan der Gangsters. Das Besondere war aber, dass das Publikum auch ein Riesenfan der Gangsters war, immer wenn sie kamen. Und die kamen ja immer mit ihren Mülltonnen raus und haben dann einfach die Gegner auseinandergenommen. Und das Besondere bei diesem Team war ja auch, dass immer die Musik, die Antonsmusik der beiden, einfach während des gesamten Matches einfach lief. Die lief einfach die ganze Zeit weiter. Und das war das Besondere irgendwie, das, was die Gangsters ausgestrahlt haben. Klar, dieser Prawl, diese harten Bums, die dann auch ein New Jack irgendwie genommen hat oder auch ausgeteilt hat. Also der war da sehr rücksichtslos sich, aber auch seinen Gegnern gegenüber. Und das hat die Gangsters auf jeden Fall ausgemacht. Also ich erinnere mich an große Schlachten mit den anderen Teams, gerade auch mit den Dudleys oder auch mit Public Enemy, die jetzt auch noch gleich folgen werden. Mit Sicherheit, denke ich von aus, dass du die auf deiner Liste hast. Das waren schon Schlachten. Aber ich selber war auch nie der große Gangsters-Fan. Ja, die Gangsters hatten eben da so ihre eigene Stellung bei ECW. Ich war jetzt auch, wie du, auch kein riesengroßer Freund, weil mir deren Stil einfach ein bisschen zu brawlerisch gewesen ist. Ein Hardcore-Style. Auch gerade ein New Jack damals natürlich mit dem Tacker, den er immer dabei gehabt hat. Käse reiben und ich weiß nicht was. Das fand ich so für den einmaligen Effekt ganz nett. Aber dann dauerhaft hat mir dann doch ein bisschen wrestlerische Substanz da gefehlt. Ich mochte das immer, wenn man Wrestling mit Hardcore-Elementen gemischt hat. Und das haben andere Wrestler eben deutlich besser gemacht, auch wenn Kollege New Jack ja gerne vom Balkon gesprungen ist. Deswegen, ich war kein so riesen Fan von den Gangsters, aber irgendwie war das ja doch immer so ein Spektakel. Und du hast gerade den Song angesprochen, der damals immer lief. Das war Natural Born Killers übrigens von Dr. Dre und Ice Cube. Und das ist inzwischen ja auch der Grund, weshalb man sich New Jack und Gangster-Matches auf dem Network nicht mehr anschauen kann. Weil da ja einfach nur so generische Hip-Hop-Beats im Hintergrund laufen. Und das ist super nervig. Und ja, also die Gangsters, aber auch da zweifache Take-Team-Champions und haben da auch ihren Platz verdient. Und du hast gerade schon die Public Enemy angesprochen. Das ist eben auch ein Team, was hier bei mir dann auf Platz drei landet. Und ja, die Innovatoren der Table-Spots irgendwie, Rocco Rock und Johnny Grunge. Und auch ein Tag-Team, was man, wenn man es mal gesehen hat, nicht so schnell vergessen hat. Shaggy, deine Meinung zu Public Enemy? Ich muss auch sagen, ich war nie wirklich der große Public Enemy-Fan. Einfach auch, weil die so seltsam schon aussahen. Das waren ja auch so zwei Hip-Hopper. Aber das hat ja auch irgendwie überhaupt nicht gepasst. Also so optisch zwei bisschen kräftigere weiße Jungs. Der eine auch noch mit Trads und so. Also Rocco Rock, der Flyboy, Rocco Rock. Das war auch kein Boy. Das waren Männer einfach. Große weiße Männer. Aber die hatten schon ein paar innovative Aktionen. Also ich meine, gerade ein Rocco Rock, der hatte ja auch einige geile Aktionen drauf, wie Moonsouls, Stamptons und sowas. Die haben schon Spaß gemacht. Die waren ein cooles Team, die auch überzeugt haben. Aber die auch wirklich auch nur bei der ECW überzeugten. Die haben es mal bei der WCW probiert. Die haben es aber auch mal bei der WWE probiert. Und nirgendwo hat es so richtig funktioniert. Also das war so ein Team, was wirklich ganz klar ein ECW-Team auch war. Und da aber auch sehr, sehr beliebt war. Gerade die Tablespots, du hast es gesagt, die haben ja Tables rausgeholt, lange bevor sie die Duttlys gemacht haben. Das war ein cooles Team, haben zu der Zeit gepasst. Aber ein großer Fan war ich trotzdem nie. Ja, eigentlich bei mir ganz ähnlich, wie es bei dir gewesen ist. War auf jeden Fall ein Team, was auch aufgefallen ist. Vierfache Tag Team Champions. Also da sehr reich dekoriert. Aber war ich jetzt auch nie der allergrößte Freund von. Muss aber auch sagen, dass ich deren Hochzeit jetzt als wirklich aktiver Fan erst im Nachgang nachgeholt habe. Und nicht diese Hochzeit quasi von den beiden wirklich dann auch bei ECW im Daily Business sozusagen miterlebt habe. Sondern ich hab die quasi durch die WCW kennengelernt. Da waren sie halt eher so mittelcool. Und dann hab ich eben die alten ECW-Sachen nachgeholt. Und dann so, ach ja, huch, da gab's ja dann doch noch jemanden. Und da waren sie auf einmal dann schon interessanter als bei der WCW. Aber ja, es war eben auch ein Gimmick, was mich jetzt nicht 100% abgeholt hat. Ganz im Gegensatz zu meinem Platz zwei. Und das waren die Eliminators. Und die haben bei mir einen sehr, sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. Nämlich, als ich damals den ersten Pay-Per-View Bally Legal gesehen hab, da sind die ja gegen die Duttlys angetreten. Und haben ja die Duttlys gleich in den Boden gesquasht, eigentlich mehr oder weniger. Das war ja ein relativ kurzes Match. Und haben dann da eben dieses hochdekorierte Tag-Team, die Duttlys, die man da auch kannte, fertig gemacht. Und da hatten die direkt bei mir ein Stein im Brett. Dreifache Tag-Team-Champions. Und da war auch wiederum der Faktor, dass ich die Mischung bei denen sehr mochte. Weil du eben zum einen diese toughen Typen hast, die auch Hardcore-Wrestling bestreiten können. Zum anderen waren das aber auch echt tolle Wrestler. Also John Cronis und Perry Saturn. Hab ich noch nicht gesagt. Und das hat für mich dann wiederum sehr, sehr gut gepasst. Wie war es bei dir? Ja, vor allem ein Perry Saturn. Ich fand, der ist noch ein bisschen mehr rausgestochen als John Cronis. Klar waren die beiden ein geiles Team, haben auch geile Aktionen. Gerade der Finisher, das ist einer meiner absoluten Lieblings-Tag-Team-Finisher, die Total Elimination, die ja auch andere Teams mittlerweile auch einsetzen. Aber so damals hatte ich die vorher noch nicht so gesehen. Und das war so ein Finisher, wo ich dachte, wow. Und der war ja auch nicht umsonst sehr präsent in der ECW-Anfangsmusik der TV-Sendung. Da hat man den ja auch ständig gesehen. Also ich mochte dieses Team sehr, ich mochte die Aktionen sehr, die beiden drauf hatten. Und gerade ein Saturn war einer meiner Lieblinge. Den hab ich echt gerne gesehen, weil der auch, das war wirklich, wie du's gesagt hast, ein harter Hund, aber gleichzeitig auch ein technisch versierter Wrestler, aber auch ein richtig geiler Prawler. Also der hatte so einiges drauf und zusammen haben die einfach auch gut harmoniert. Hat auch gar nicht so lange eigentlich bestanden, dieses Tag-Team. Also es war von 93 bis 97 gab's die Eliminators, aber haben da auf jeden Fall echt bleibenden Eindruck hinterlassen. Gerade, wie du schon richtig gesagt hast, mit den Tag-Team-Manövern, mit der Athletik, die die beiden mitgebracht haben, die waren da teils wirklich, ja, so ein bisschen ihrer Zeit voraus, muss man sagen. Und Perry Saturn war ja dann auch jemand, der hat mir auch in der WCW hinterher extrem gut gefallen. Also da waren auch tolle Matches dabei, gerade gegen den Chris Benoit oder auch gegen David Davis Page. Da waren richtig tolle Sachen dabei. Und deswegen, also die Eliminators waren für mich da mit eines der Tag-Teams, die mich auch begeistert haben. Aber natürlich, wenn wir hier über Tag-Teams und ECW reden, Shaggy, man kommt nicht an den Dudley-Boys vorbei, oder? Natürlich nicht. Über die Dudleys haben wir ja auch schon sehr viel geredet. Die Dudleys sind ganz klar das bekannteste und erfolgreichste Tag-Team der ECW. Und nicht nur das, ich würde sogar sagen, seit wir beide Wrestling schauen, vielleicht sogar das insgesamt gesehen erfolgreichste Tag-Team von allen Teams. Also so auf die gesamte Länge der Zeit, in der wir Wrestling-Fans sind, Olaf und ich, glaube ich, das erfolgreichste Team überhaupt. Die haben einfach Tag-Team-Division, egal wo sie waren, da waren sie eines der Top-Teams. Die haben dem Wrestling sehr viel gegeben und stehen einfach für was Besonderes da, was sonst kein anderes Team so dargestellt hatte. Gerade auch die Hintergrundgeschichte der ganzen Dudley-Familie, bis hin zu den letzten Jahren, die sie dann nochmal bei der WWE hatten. Das ist einfach ein riesengroßes Tag-Team. Das ist eben auch der Unterschied zu vielen anderen Tag-Teams, die wir jetzt hier aufgelistet haben, dass die Dudleys eben wirklich weltweit erfolgreich waren. Die waren in Japan erfolgreich, die waren bei der WWE, bei WWF erfolgreich, die waren bei TNA erfolgreich, die waren sogar teils als Solo-Wrestler erfolgreich und dadurch sind sie einfach eines der ganz, ganz großen Teams. Also die haben ja wirklich auch bei WrestleMania die Show gestohlen und ich glaube, wenn man, also ich finde es ja immer so schwierig, sozusagen, ja, das ist das größte Tag-Team aller Zeiten, aber wenn man sich das irgendwie mal so überlegt, die Dudleys spielen da schon ganz, ganz oben mit, auch mit so Tag-Teams wie den Road Warriors und den Steiner Brothers und wem man da nicht alles noch hat, natürlich die Hardys auch, aber da gibt's ja jetzt unterschiedliche Zählweisen, aber die beiden, also Devon und Barbara Ray, haben insgesamt 23 Tag-Team-Titles gehalten, unter anderem. Also das ist schon der Wahnsinn, also das ist das, was Impact anerkennt, die WWE erkennt nur 18 davon an, das mal so dahingestellt, aber sie waren allein achtfache Tag-Team-Champions bei der ECW und haben da ja auch wirklich für Furore gesorgt, die haben die großen Fäden bestritten, die haben teils für Aufstände gesorgt, indem sie die Zuschauer beleidigt haben und die waren eine Attraktion, die waren ein riesengroßer Draw und haben das eben auch dann auch bei den großen Diegen fortgesetzt, also gerade diese Zeit natürlich bei der WWF dann 2000, 2001 mit den Tag-Team-Table-Matches, mit den TLC-Matches, mit den Leiter-Matches, absolut wichtig und deswegen, wenn man allgemein sagen würde, wir sprechen nur über die größten Stars und ich hätte das jetzt nicht geteilt in Tag-Team- und Einzelwrestler, dann wären die Dudleys auch bei mir wahrscheinlich unter den Top 5 der größten Stars, so als Kombo, oder wie ist es bei dir? Wenn ich vielleicht sogar auf Platz 1 auch, wenn wir jetzt ins Garten gehen, gut, die haben wir auch dann, die Dudleys waren ja jetzt nicht nur als Tag-Team bei der ECW, sondern als große Familie, als Stable und gerade so die meiste Zeit dann zusammen mit Joel Gertner, den du schon erwähnt hast, mit sein Guy Dudley, dem späteren Louie Dangerously, auch ein interessanter Charakter und natürlich ein Big-Dig-Dudley, so das war so der Kern, der die meiste Zeit auf, und Spike nicht zu vergessen, aber der war ja nie wirklich mit den beiden zusammen oder ganz, ganz wenig. Also das war schon, gerade auch für die ECW, war die gesamte Dudley-Familie enorm wichtig. Ja, ich mochte zum Beispiel auch damals, das war dann auch so die Zeit, wo ich dann angefangen habe, ECW zu schauen, die Fede zwischen den Dudleys und Balls Mahoney und Spike Dudley, wo dann ja auch die brennenden Tische zum Einsatz gekommen sind, wo dann der, ich sag mal, pubertierende Olaf dann da vorgesessen hat, so, oh, ist das krass, was hier gerade passiert. Da war ich schon raus aus der Pubertät, aber der postpubertäre Olaf war dann da total begeistert von der Gewalt, die man da gesehen hat. Und krass, die zünden sich an und so. Und da, also das war auch was, das hat man eben gesehen, das hat man vorher noch nicht gesehen. Und da war man dann eben geflasht von. Und da gehörten die Dudleys eben auch mit dazu. Aber ich würde sagen, dann lass uns doch einfach mal hier in Richtung Singles-Bereich gehen. Und da starten wir noch nicht ganz durch mit den Einzel-Wrestlern, sondern es gibt noch viele andere Talents, die wir jetzt hier vielleicht noch nicht genannt haben. Wir haben noch diverse Under- und Mitkader, die wir vielleicht nur mal so streifen werden. Und Jackie, es gab ja auch noch viele Frauen bei ECW, die auch für das Produkt sehr, sehr wichtig gewesen sind. Ja, gerade was so den Sexfaktor angeht, weil die Frauen doch alle in der Regel leicht bekleidet waren. Und man hat ja auch Deals mit Jenna Jameson, der Pornodarstellerin, die auch bei einigen Events zugegen war, was mich sehr gefreut hatte. So Leute, aber auch so Damen wie Francine, die enorm in Storylines eingebunden waren. Eine Piola, total wichtig. Und in der Anfangszeit auch eine Kimona zum Beispiel, die ja auch total wichtig war. Oder später noch Damen wie Elektra oder solche Damen. Oder auch die spätere Lita hatte ja auch eine wichtige Zeit irgendwie bei ECW gehabt. Also Frauen waren da immer sehr wichtig. Und auch wenn es meistens dann am Ende in einem Catfight geendet hat, aber was gerade so die jungen männlichen Fans richtig cool fanden. Und es ist nicht immer nur im Catfight geendet, weil wir erinnern uns beispielsweise an Jazz, die ja dann auch gerne mal die Männer vermöbelt hat, um es mal so zu sagen. Also da hat auch ein Jason zum Beispiel ja sehr oft was eingesteckt von ihr. Aber es gab ja sogar Matches zwischen Piola und Bill Alfonso zum Beispiel. Das stimmt. Das gab es ja auch. Aber es gab auch Action gegen die Damen. Das haben wir auch später mal von den Dudleys dann noch bei der WWE gesehen. Aber im extremeren Maß haben wir das hier bei ECW gesehen. Ein Piledriver von Tommy Dreamer gegen war es nicht für ein Scene, glaube ich. Und auch Piola hat einige Aktionen abbekommen. Also auch die Damen haben da einiges wegstecken müssen. Absolut. Die wurden da sehr gleichwertig behandelt trotz Sexfaktor. Und das muss man auch ganz klar sagen. Also die Frauendarstellung damals war schon war schon damals. Sagen wir es einfach mal so. Das war eben für die Zeit war das da eben einfach so. Das muss man da jetzt einfach mal so stehen lassen. Und ja, dann kommen wir noch so zu den anderen Mitkatern, die wir jetzt hier nicht in die Honorable Mentions und auch nicht in die Top Ten reingepackt haben. Also was sind so Namen, wo du sagen würdest, ja, die sind jetzt vielleicht nicht die absoluten Topstars gewesen. Aber die sollte man dann hier dann doch durchaus noch erwähnen, weil natürlich gab es sehr, sehr viele Wrestler bei ECW. Ich habe ja schon das Tag Team zum Beispiel Roadkill und Danny Dowing erwähnt, die ich super unterhaltend fand und die auch mehrfache Tag Team Champions oder zumindest einmal Tag Team Champions waren in der späteren Zeit. Die mochte ich sehr. Das FBI hast du schon erwähnt. Die waren ja auch gerade in den verschiedenen Besetzungen auch immer sehr, sehr unterhalten. Gerade so die Anfangszeit mit Tracy Smothers oder auch Tommy Witch oder so Leute, die ja da eigentlich gar nicht zum FBI gehört haben oder J.T. Smith ganz am Anfang, so abgesehen von den bekannten FBI-Mitgliedern wie ein Little Guido oder ein Big Guido und so Leute oder ein Tony Mamalouk später. Also das war schon auch sehr unterhalten, das FBI. Das mochte ich sehr. Und ich weiß, dass du zum Beispiel großer Fan von C.W. Anderson warst. Ich mochte vor allem sein Match gegen Tommy Dreamer damals. Das fand ich sehr, sehr, sehr stark. Das mochte ich sehr. Ich war aber zum Beispiel auch damals ein großer Fan von Leuten wie einem Kid Cash oder einem Nova, weil ich die auch so furchtbar innovativ fand. Und ich mochte die irgendwie, weil sie anders gewesen sind und weil man da auch die Entwicklung sehen konnte. Also wie war es bei dir? Ja, also Kid Cash fand ich auch, gerade auch, weil es ja auch so ein kleingewachsener war auch mit interessanten Charakter, aber auch coolen Moves. Und Nova mochte ich ja sowieso, denn da müssen wir es jetzt auch noch mal erwähnen, die Blue World Order. Gut, der spätere Nova war ja dann auch noch mal muskulöser und breiter und den kennen wir auch noch als Simon Dean übrigens. Nicht zu vergessen. Dürfen wir nicht vergessen. Ach, auch das war eine Zeit, die ja zumindest mitgemacht hat. Und die wir auch. Das stimmt. Aber ich war ein großer Fan der Blue World Order und deswegen müssen wir jetzt schon mal, du hast den beiden Honorable Mentions wahrscheinlich, wenn du nicht eine Top Ten Liste hast, da gehört er nämlich auch in, ein Stevie Richards. Und da muss ich wieder auf Raven zu sprechen kommen. Raven, Raven's Nest war ja quasi seine Gruppierung. Der hatte einfach so einen Punching Ball, den er quasi rumgeschickt hat, der alles wie ihn gemacht hat, den er dann aber gerne auch mal einfach gediditit oder gekickt hat und das war Stevie Richards. Und der hatte sich dann später aber auch noch einen Punching Ball geholt und zwar den Blue Mini. Und wie es so schön ist, geht das dann natürlich weiter. Der braucht auch noch einen Assistenten, in Anführungsstrichen. Und das war dann Nova. Aber irgendwann haben sich dann die Jungs von Raven auch losgesagt und haben dann auch angefangen, andere Teams zu porträtieren. Die waren ja mal auch die Blue Bloods. Aber so der größte Erfolg und das, was dann auch hängen geblieben ist, das war dann wirklich die Zeit als Blue World Order. Und Big Stevie Cool, der Blue Guy und auch Hollywood Nova, das war schon echt, das war mehr als nur eine Passive Flash, weil die ja am Anfang, klar war es ein Comedy Act, aber die haben sich so hochgekämpft, dass man gedacht hat, aus Stevie Richards könnte echt was Größeres werden, wenn er damals nicht dann plötzlich erst eine Verletzung und dann zur WCW gegangen wäre. Aber aus denen hätte er echt was Größeres werden können, weil ich ein Riesenfan der Blue World Order war. Ja, kann ich vollkommen verstehen. Die waren absolut unterhaltsam. Wo packst du Leute wie einen Jericho, einen Dean Malenko, Chris Benoit, Ray Mysterio, Sikorsis, von mir jetzt auch einen Steve Austin, wo packst du die rein? Weil die waren ja oft gar nicht mal so lang bei ECW und haben das Produkt eher so kurzfristig bereichert. Also wo steckst du die hin? Sind das für dich honorable mentions? Sind das für dich einfach nur, ja so ein bisschen Durchgangs-Stationsnutzer irgendwie, wo sind die bei dir? Also ich würde hier unterschiedlich. Also ich würde so Leute wie ein Eddie, ein Benoit und ein Malenko ja und aber vielleicht auch ein William Sikorsis ein bisschen anders bewerten. Definitiv. Die erst drei genannten, die waren dann in der Anfangszeit auch da und da ist das Produkt halt richtig hot geworden. Für die, man hat gesehen, ECW, das ist nicht nur dieses Hardcore-Wrestling. Die haben ein paar Jungs unter Vertrag, die einfach fantastisches Wrestling abliefern. Besseres Wrestling, als wir das überhaupt bei der WWF oder bei der WCW sehen können. Also wenn man einen Benoit und einen Eddie und einen Di Malenko sieht, ich meine, das sind, das waren fantastische Wrestler. Das darf man nicht vergessen. Die waren einfach toll und auch ein Chris Jericho gehörte ja auch in diese Riege. Die waren zwar nur kurz da, weil dann die WCW sie weggekauft hat, die haben gesehen, okay cool, mit denen können wir was machen, aber sie waren trotzdem gerade für die, für das Großerwerden der ECW total entscheidend und auch ein Way und ein Psychosis, die dann später kam, die hat Paul Heyman dann in Mexiko natürlich entdeckt und hat sie dazu geholt, weil das war auch wieder was Neues. In Amerika kannte man zwar, man wusste, es gibt Lucha Libre-Wrestling, aber so richtig groß war das nicht und das waren so die ersten Mexikaner, die dann auch im amerikanischen Boden zeigen konnten, wie geil eigentlich das Lucha Libre-Wrestling ist und auch die wurden dann ja weggeholt von der WCW, aber für das Großerwerden der ECW waren diese genannten Wrestler total entscheidend. Ein Tukul Scorpio, das war ja auch schon, obwohl er ja, also auch in der Anfangszeit da war er auch schon ein Veteran, der hat ja auch schon bedeutende Matches in den anderen großen Ligen gehabt und auch bedeutend, hatte da das Wrestling schon verstanden und war ja auch ein Vorreiter seines Stils und auch der war enorm wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger als die anderen genannten Wrestler, weil der auch länger dabei war und auch in viele große Story involviert war und gerade auch bei der Entstehung, das haben wir jetzt, das haben wir zwar schon oft angesprochen, aber heute jetzt noch nicht, als dann von Extreme Championship Wrestling stand er ja auch in dem Match gegen Shane Douglas am Ende, als er diesen Gürtel weggeworfen hat und gesagt hat, ich bin jetzt hier Extreme Championship Wrestling Champion, nicht National Wrestling Alliance Champion. Genau, ja. Ich muss auch sagen, das natürlich das Spannende hier eigentlich auch ist, dass man bei vielen dieser Wrestler, die ich gerade genannt habe, ja auch sehen kann, dass die sich gerade bei ECW extrem weiterentwickelt haben. Also Chris Benoit, da kennen wir die Geschichte mit Sabu, wo Sabu ja das Genick gebrochen hat bei der einen, bei der Aktion, bei diesem Backdrop, was auch immer es hätte werden sollen und daraus hat hier ECW auch gleich eine Geschichte gemacht, hat ja dann gezeigt, wie gefährlich ein Chris Benoit ist und da hat er dann auch Paul Heymer direkt die Vignetten rausgemacht. Da ist dann letztlich der Crippler entstanden und Steve Austin hat ja ECW auch wirklich als Station benutzt, um seinen inneren Stone Cold irgendwo zu entdecken, um da zu verstehen, in welche Richtung er eigentlich gehen möchte und wer er eigentlich ist. Deswegen, das finde ich auch so spannend. Chris Jericho war ja dann bei ECW und dann später bei der WCW in der Anfangszeit. Das war ja das Lionheart. Das war ja sehr, sehr, sehr ähnlich irgendwo. Aber ich finde das eben so spannend, dass man mit vielen da eben schon in die Richtung gegangen ist, wo man erst später gesehen hat, noch mal auf der ganz großen Bühne, da kann man diese Geschichte mit denen und diese Charakterentwicklung mit denen noch mal weiter fortsetzen. Und dafür finde ich die ECW extrem wichtig und deswegen tue ich mich auch schwer mit. Ich weiß nicht, ob ich die in die Honorable Mentions reinstecken soll, ob ich einfach sagen soll, ja, die waren halt eben da und haben das Produkt erreicht und erweitert quasi und verbessert. Fest steht, man muss sie auf jeden Fall irgendwie nennen und damit können wir jetzt einfach auch mal hier den Sprung Richtung Honorable Mentions machen, was hier noch mal so eine kleine, ich nenne es mal Unterrubrik ist im Sinne von, die haben es jetzt nicht in die Top Ten geschafft. Die sollte man hier eben erwähnen und wenn ich hier übrigens tatsächlich auch vergessen habe, ist ein Chris Candido übrigens, den sollte man auch unbedingt erwähnen, nicht nur wegen der Triple Threat, sondern eben auch einfach, weil der ein toller, toller Wrestler gewesen ist und er jemand gewesen ist, der ja auch viel zu früh von uns gegangen ist und der so viel Talent gehabt hat in allen Bereichen, dass dem eigentlich eine noch sehr große Karriere bevorgestanden hätte, wenn da nicht eben ja diese tragische Verletzung und dann auch der Todesfall dazwischen gekommen wäre, Shaggy. Den hab ich auch in meiner Liste, den hab ich in meiner Liste stehen direkt bei Bam Bam Bigelow, auch aufgrund der Triple Threat natürlich, aber nicht nur deswegen, weil das wirklich auch ein sehr, sehr guter Wrestler war und der gerade hier erst bei der ECW auch zeigen durfte und konnte, dass viel mehr in ihm steckt als nur ein Body Donner. Was? Das stimmt. Wen haben wir denn sonst noch hier bei den Honorable Mentions, Shaggy? Also such dir mal jemand aus und erzähl mal was. Ja, in deiner Liste ... In meiner Liste. Genau, du kannst ja auch selber einen ausdenken, ist mir egal. Ja, ich hab auf jeden Fall noch ein paar andere, die ich total wichtig fand, aber gerade in der späteren Zeit. Deine Liste bestrengt sich ja ein bisschen so auf, ja, mit ein paar Ausnahmen, eher auf so die Hauptzeit, die Mainzeit oder auch die Zeit davor. Jerry Lynn ist ein total entscheidender Wrestler, der später ja dann auch noch mal als Heal, aber so gerade die Matchserie mit einem RVD, die war wirklich auch für mich ein Grund, ein Grund ECW zu schauen, weil die beide einfach unglaubliche Matches abgeliefert haben, die ich so vorher noch nie gesehen habe und die seiner Zeit auch weit voraus waren, wie ich fand. Also Jerry Lynn, toller Wrestler, viel zu Unrecht irgendwie nie der große Star geworden. Vielleicht lag es daran, dass er jetzt nicht die größte Charisma-Bomb war, aber im Ring war der definitiv in seiner Zeit einer der Besten. Bin ich fast ein bisschen traurig, dass du mir Jerry Lynn hier weggeschnappt hast, weil das ja einer meiner absoluten ECW-Lieblinge gewesen ist, meiner Lieblingswrestler of all time, wirklich. Wenn man so von den ganz großen Produkten absieht, aber da war der Jerry Lynn bei mir immer ganz vorne mit dabei. Die Matches gegen Rob Van Damme sind fantastisch gewesen. Der hat ja später auch noch mal einen Run bei Ring of Honor gehabt und ist da ja noch mal Champion geworden. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Und ich hab ihn genau einmal live gesehen. Also ich hab ihn einmal live gesehen, damals als ich in den USA gewesen bin und gegen Nigel McGuinness. Und da war der Nigel leider noch nicht so gut. Und das Match war stinkelangweilig. Das war technisch echt gut, aber es war stinkelangweilig und ich hatte mich so drauf gefreut. Naja. Dann darfst du den nächsten nennen und du nimmst mir jetzt bestimmt auch einen weg. Dann gleicht sich das ja wieder aus. Aber ich weiß nicht. Ich nehm jetzt einfach mal einen Justin Credible, weil ich finde, dass der natürlich nach seinem Aldo Montoya-Gimmick, was er bei der WWF gehabt hat, hier auch rübergekommen ist und sich in eine ganz andere Richtung entwickelt hat. Eben als dieser, ja, arrogante, brutale, ja, Emporkömmling irgendwie, der seine Gegner alle mit dem Kendo-Stick hier niederknüppelt. Und den mochte ich sehr, sehr gern. Gerade dann auch in Kombination mit Lance Storm. Und Lance Storm, das wird mit Sicherheit auch einer sein, der bei dir auch in der Liste gelandet ist. Ja, den hast du ja jetzt auch schon genannt. Ich hab's ja auch vorher schon mal gesagt, die Impact-Player ist gerade beide auch zusammen, aber auch in Justin Credible, also die beiden haben einfach super gut harmoniert, gerade auch mit Jason dann zusammen, der sonst keine wichtige Rolle bei ECW gespielt hat. Aber so in der Kombo war das schon geil. Also ich mochte die sehr, gerade in der späteren Zeit waren die total entscheidend und waren ein weiterer Faktor dafür, dass auch die späte ECW eigentlich zu Unrecht nicht so in der Öffentlichkeit stand, zumindest jetzt auch bei uns im Nachhinein betrachtet, wie sie eigentlich auch verdient hätte, weil da waren auch geile Fäden und geile Matches. Auf jeden Fall. Deswegen nenne ich jemanden aus der späteren Zeit, nimm dir wieder einen weg, wahrscheinlich auch einen deiner absoluten Blingswester aller Zeiten, da bin ich mir ganz sicher, weil er das einfach verdient hat. Der wird so ein Recht so selten genannt. In der Zeit bei der ECW war er für mich ein, gerade in der späten, ich hab's auch oft gesagt, einer der interessantesten Charaktere und ich glaube, eigentlich ist es bestimmt dein Lieblingswester of all time. Ich spreche von Simon Diamond. Wie fandst du den denn? Ich mochte den wirklich sehr, gerade dann auch mit Johnny Swinger dann später zusammen. Johnny Swinger immer noch auch sehr aktiv bei Impact zum Beispiel. Ich mochte Simon Diamond irgendwie total gerne diesen arroganten irgendwie Heal, das war schon cool. Bei Simon Diamond, erinnere ich mich daran, hatte er nicht hinterher einen Manager oder einen Bodyguard gehabt, der Dick hieß? Ja. Und wo er dann gesagt hat, my dick is huge, my dick is muscular und da steht halt eben der Typ daneben und dick bedeutet halt eben auch Penis. Ach, jetzt wo du's sagst. Genau. Und ich, also er war jetzt nie einer meiner absoluten Favoriten, muss ich leider sagen. Nein, aber ich fand ihn unterhaltsam. Okay. Und der gehört eben auch durch eine Art und Weise, wie er sich präsentiert hat und was aus dem Gimmick gemacht worden ist, gehört eben auch absolut zu ECW für mich. Absolut. Nenn du jemanden. Steve Carino. Ja. Mochte ich erst gar nicht und hat sich dann extrem weiterentwickelt und dann auch mit Matches zum Beispiel gegen den Tajiri, diese Blutmatches, wo dann auch Steve Carino alles vollgeblutet hat und da hat man wirklich auch diesen Aufbruch gesehen. Also am Anfang war Steve Carino eher so, der passt doch hier gar nicht ins Produkt und der hat sich dann immer weiterentwickelt und immer weiterentwickelt, hat Charisma entwickelt und ist jemand, der ist ja heutzutage bei WWE angestellt und da frage ich mich immer, habe ich mich dann auch nach dem Niedergang von ECW immer geärgert darüber, warum der das nie in die großen Shows irgendwo geschafft hat und da nochmal gewrestled hat. Hat ja viel in Japan gekämpft und so, aber ich finde, der war so gut und der hatte auch sowas Besonderes an sich, dass der eigentlich eine größere Karriere für meinen Geschmack verdient gehabt hätte. Ja, sehe ich auch so. Der hatte wirklich sehr, sehr viel, gerade so die King of Oldschool-Phase, das ist fantastisch gewesen, Steve Carino, ein Aushängeschild der späten ECW, zu Recht. Ich habe auch noch jemanden mitgebracht, der sogar auch kurze Zeit mein Lieblings-Wrestler bei der ECW war, den ich aus der WWE kannte, der dann aber mit einem neuen Gimmick zu ECW kam und dann später mit diesem Gimmick wieder zurück zur WWE und da hat es dann nicht funktioniert. Bei ECW war das gerade also auch wegen der Musik gegen Prodigy im Hintergrund und weil die Fans so mitgegangen sind und die Köpfe geschwungen haben im Publikum. Ich rede von Al Snow und Head. Die Phase bei ECW, gerade da war er ja im Main Event dann auch aktiv, die war wirklich gut, oder? Ja, im Vergleich zu Leif Cassidy und den New Rockers. Das ist richtig und er hatte doch noch irgendein maskiertes Gimmick. Vorher Leif Cassidy. Avatar, der hieß doch sogar Avatar. Ja, 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 stimmt, 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 stimmt. Du hast recht. Oh Gott. Oh mein Gott, das hatte ich ganz verdrängt. Ja, aber auf jeden Fall auch in den Al Snow. Auch da, ich glaube, ohne ECW und ohne das Head-Gimmick hätte er auch nie so eine große Karriere gemacht, muss man ganz klar so sagen. War ein toller Wrestler, toller Trainer auch, aber eben, er hat dieses Gimmick gebraucht, damit man ihn wirklich bemerkt. Und ich sage jetzt mal zwei, weil das auch ein Tag-Team gewesen ist, die ich sehr mochte. Und das waren Mikey Wipbrek und Tajiri. Tajiri, am Anfang, als ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte, ein blutjunger Japaner, fern von jeglichem Charisma, toller Wrestler. Ich sah doch ruhig aus, als wäre er gerade aus der Schule gekommen. Ja, ja. Und, gut, Mikey Wipbrek genauso, muss man sagen. Und die beiden, die dann ja auf unterschiedlichen Fahrten durchgedreht sind, irgendwo, Sinister Minister hinterher noch, als den, als Manager gekriegt haben. Und ich habe, Tajiri geliebt dafür, weil er für mich zum ersten Mal gezeigt hat, was so ein bisschen stiff Arbeiten bedeutet, mit den Kicks, mit dem Klatschen und eben auch diese Verrücktheit mit dem Mist, also mit dem Nebel, den er seinen Gegnern ins Gesicht gesprüht hat. Und Mikey Wipbrek war ja dieses absolute Underdog-Babyface lange Zeit und ist ja dann auch zu diesem total Bekloppten mutiert mit den gefärbten Haaren. Und ich mochte die beiden als Team, ich mochte die beiden aber auch sehr als Einzelwrestler. Wie war das bei dir? Geht mir ganz genauso. Also ich fand, beide als Team, gerade auch mit dem Sinister-Minister quasi als Manager, das hat schon super gepasst. Aber Mikey Wipbrek, den mochte ich irgendwie so als Underdog vorher ja auch schon immer. Wir haben ja schon angesprochen, der war ja auch mal, ja, die Geschichte mit einem Steve Austin, haben wir im Steve Austin-Podcast in der letzten Woche auch angesprochen. oder auch halt sein kurzer als World Champion. Das hat schon gepasst, weil den Fans mochten ihn, der war der klassische Underdog, so wie man ihn gebraucht hat in der Zeit. Das war eine coole Zeit. Ebenso, wir haben ihn jetzt schon mal angesprochen, so ganz leicht, aber ich würde ihn jetzt gerne nochmal erwähnen, ist ein Spike Dudley, der ja auch immer der klassische Underdog war und gerade so, und das ist jetzt der nächste, den ich erwähne, gerade die Aktion, die wir auch kennen, eine der legendärsten Aktionen, die ein ehemaliger WrestleMania-Main-Eventer, der auch bei ECW aktiv war und auch da Titelgold erringen konnte, den haben wir auch schon angesprochen, Bam Bam Bigelow, als er Spike Dudley ins Publikum geworfen hat, beides total wichtige Leute und Bam Bam, gerade so die Geschichte mit Taz, die Momente, als der Ring kaputt gegangen ist oder die Rampe bei Aktionen, das war ja auch richtig geil und so jemanden wie Bam Bam unter Vertrag zu haben, war für ECW mit Sicherheit auch total wichtig. Auf jeden Fall, also bei mir war es so, ich habe jetzt, als ich diese Liste gemacht habe, ich habe zwei Namen gehabt, da habe ich überlegt, schiebe ich den noch in die Top Ten rein oder nicht und das waren Masato Tanaka und Bam Bam Bigelow. Bam Bam Bigelow, weil er zum einen ja diese großen Storys auch gehabt hat, also er war Teil der Triple Threats, er hatte große Matches gehabt gegen Rob Van Damme und auch gegen den Taz, wie du schon richtig angesprochen hast und obendrein war er da auch absolut wirklich auf der Höhe seines Könnens. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass er bei der ECW mega motiviert gewesen ist und da auch wirklich nochmal abgerissen hat und diesen oft jungen Leuten ja wirklich nochmal das Handwerk quasi so ein bisschen beigebracht hat und die haben da extrem von profitiert und sind quasi an diesem Berg Bam Bam Bigelow gewachsen. Also gerade in einem Taz hat das unglaublich gut getan, dass er hier eben diese Fede mit dem Bam Bam Bigelow gehabt hat und eine Masato Tanaka, auch ein ehemaliger Champion bei ECW, auch Tag Team Champion und der war auch jemand, also gerade die Matches gegen Mike Awesome, die bleiben einem halt da im Gedächtnis und wer die einmal gesehen hat, der vergisst die auch nicht. Ich fand ihn ansonsten, er ist ja schon so ein bisschen vom Charisma her eher so ein bisschen leise und zurückhaltend, aber jemand, der im Ring absolut abreißen kann und ich hab mich da wirklich ein bisschen schwer getan, wo ich den jetzt hier hinstecke, wo gehören die beiden da für dich rein? Ja, ich finde, erwähnen muss man sie auf jeden Fall in die Top Ten, ist es natürlich schwer, in die Top Ten zu kommen. Du hast einige schon auch nicht in die Top Ten, die ich vielleicht reingenommen hätte, aber erwähnen muss man die beiden auf jeden Fall. Ich hätte sie wahrscheinlich auch nicht in die Top Ten gemacht, aber wichtig waren sie für die ECW auf jeden Fall. Bei Bam hab ich schon gesagt und bei Tanaka, ich meine, die Matches gegen Mike Awesome, mehr muss man nicht sagen. Ja, das ist auch sein Erbe oder deren beider Erbe eigentlich, was sie der Wrestling-Welt gegeben haben, das sind diese Matches und da haben wir ja auch bei ECW One Night Stand schon drüber geschwärmt, wie geil das gewesen ist. Irgendwie nicht gesund und nicht klug, aber geil. Das muss man auch mal ganz klar so sagen und deswegen ist bei mir auch, wenn wir jetzt in die Top Ten gehen, oder möchtest du noch was sagen? Ich möchte gerne noch ein paar Wrestler erwähnen, die, ich meine, die Pitbulls hatten wir schon, die Wirtschafts haben sie sich in die Top Ten geschafft, wie ich jetzt sehe, aber so ein paar andere, die aufgefallen sind. Später dann noch ein Chris Chetty ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Stimmt, ja. Vielleicht gar nicht ganz oben immer mitgespielt, aber der war auch schon eine Erscheinung, also der Cousin von Taz irgendwie, da hat sich der, aus dem ist eines der, ja wirklich wenigen namhaften, ähm, eines? Einer der namhaften Wrestler, die aus der ECW Wrestling School oder entstanden sind, der, der hat ja bei der ECW angefangen zu lernen und hat's dann bis in, ja, fast in den Main Event auch von ECW geschafft, total wichtig und, ähm, ganz, ganz. Ja, ja, fast in den Main Events ist aber auch ein bisschen übertrieben bei Chris Chetty. Ja, wenn die ECW weitergegangen wäre, ich glaube, ich fand den am Ende sehr interessant, also ich muss nicht sagen, gerade so auch das Bündnis dann so mit Leuten wie Kip Cash und so, das war schon, das waren, das waren coole Momente. Ich glaube, man hätte echt viel mehr mit Chris Chetty machen können. Ja, aber Main Event, ja, wahrscheinlich ist es übertrieben, aber wenn ich, aber wir haben jemanden auch aus dem Main Event, auch einer und sogar den letzten ECW Champion, der's auch nicht in die Top Ten geschafft hat. Gerade so, sein Gore war ja auch wirklich ganz groß, wenn man ihn, er ist quasi der Anti, ähm, äh, Rob Van Dam, weil das, was später kam, ist bei weitem nicht mehr so groß und er sogar, wenn man die heutige Zeit betrachtet, er hat, hat sich ihn wahrscheinlich aus der Top Ten rausbefördert, wenn er in die ECW Top Ten gehört hätte. Ich spreche von Rhino. Ja, vollkommen richtig. Den hab ich hier tatsächlich, äh, vergessen. Das kann auch mal passieren. Aber gut, dass du ihn hier noch erwähnst. Ähm, der hat natürlich eine sehr, sehr kurze, äh, Zeit eigentlich nur, äh, wo er dann wirklich groß geworden ist, aber war jemand, wo man, äh, in dem man viel gesehen hat und den man dann ja auch wirklich raketenhaft hier, äh, Richtung Main Event gefördert hat. Und dann, du hast richtig gesagt, der letzte ECW, äh, Champion damals, ähm, hat sich den Titel von Tommy Dreamer geholt, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, oder? Ja, äh, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es war Dreamer am Ende, ja. Und, ähm, ja, auf jeden Fall jemand, den man nennen müsste. Hast du noch jemanden oder sollen wir mal hier in die ... Wir sollten vielleicht nur noch mal erwähnen, der Vollständigkeit halber, weil der auch für geile Matches, äh, da war und auch coole, coole Geschichten hatte. Super crazy, der ja, der ECW auch erst wirklich groß geworden ist. Richtig, den hatten wir in der Liste drin, haben wir noch nicht genannt. Und gerade auch in dem, äh, Trio mit Little Guido, mit, äh, teilweise Jerry Lynn, mal mit Tajiri, irgendwie da auch richtig, äh, dann ist es ein Quartett, muss man natürlich dazu sagen, aber, ähm, aber auch jemand, den man hier unbedingt nennen muss. Im größten Trio der Welt. Genau. Ähm, ja, aber ich glaube, dann haben wir hier, äh, einige, garantiert nicht alle, wir haben garantiert welche vergessen, also schreibt uns da gerne, ähm, in die Kommentare bei YouTube oder, ähm, schreibt uns auch gerne an fragetedlock.de, wenn wir da noch jemanden vergessen haben. 911 zum Beispiel. Den könnten wir vielleicht auch noch mal erwähnen. Das war auch eine coole Zeit, wo er dann immer seine Jokeslams verteilt hat, aber so ein großer Fan war ich auch nicht. Stimmt. Ähm, aber schreibt uns gerne. Also, auch hier unsere Liste ist natürlich absolut subjektiv und, äh, mit keinerlei objektiven Maßstäben irgendwo zu messen, sondern, ähm, ist einfach nur aus dem reinen Bauchgefühl heraus entstanden. Und deswegen hab ich auf Platz 10 für mich einen Mike Awesome gesetzt, weil ich diesen Typen einfach unglaublich beeindruckend in der ECW fand. und, ähm, mit der Athletik und mit der Brutalität, mit der ein Mike Awesome gegen Leute wie einen Masato Tanaka oder auch von mir aus gegen einen Spike Dudley vorgegangen ist. Ich fand den Typen unglaublich gut und, äh, der war auch jemand, der eigentlich in seiner Zeit ein bisschen voraus gewesen ist, oder wie siehst du das? Absolut. Und ich glaube auch, der hätte es eigentlich auch in den großen Ligen schaffen können, wenn man ihm vielleicht Manage an die Seite gestellt hätte und ihm nicht so komische Gimmicks wie den Fat Chick Fluffer oder Thriller und, ähm, den Seventies Guy aufgedrückt hätte, dann hätte er aus Mike Awesome wirklich auch ein Awesome Big Guy werden können. Ich frag mich ja eh manchmal, was da in den Köpfen vorgegangen ist, dass man ausgerechnet mit Mike Awesome solche Gimmicks gibt. Also, das kann ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen, aber egal. Aber, ähm, er ist auf jeden Fall jemand, äh, ECW World Champion damals, äh, Hat ja, hat ja Taz entthront, das darf man hier nicht vergessen. Das war ja dieser Three-Way damals bei N.A.Q. Rules, ähm, wo dann, ähm, ähm, Mike Awesome, ja, improvisiert quasi noch reingeworfen worden ist und dann hatten wir ja Mike Awesome gegen Masato Tanaka gegen, äh, Taz und ich hab dieses Match geliebt und da Masato Tanaka gegen Mike Awesome ist pure Magie, dumme Magie, aber pure Magie, ich sag's nochmal und, ähm, Mike Awesome gehört da eben für mich rein. Absolut. Und auch jemand, der, äh, ja, auch für Schlagzeilen gesorgt hat, deswegen auch, äh, spannend. Ja, zu Recht in der Top Ten auch Mike Awesome ist, ja, wir haben's schon gesagt, weißt ja, der seinerzeit auch voraus war im, ich frag mich, warum du SID eigentlich gar nicht erwähnst, aber ist ein anderes Thema. Hatte ich exakt überlegt, hier von wegen Durchgangsstation oder so, aber war ja noch nicht mal eine Durchgangsstation. Das war nicht mal eine Durchgangsstation. Es gab ein paar Powerbombs. Das stimmt. Ähm, als Nächsten hab ich hier bei mir einen Cactus Jack auf der Liste. Wie ordnst du den ein? Also, ich, ich finde den, ich kann natürlich jetzt auch sagen, ja, der hat seine größte Zeit dann bei der, äh, WWE später gehabt oder WWF vielmehr. Trotzdem finde ich, dass er jemand gewesen ist, der, der ECW sehr, sehr geholfen hat und der sich auch hier längere Zeit ausgetobt hat. Gerade auch mit seinem Anti-Hardcore-Gimmick, was er dann ja später gehabt hat. Ja, eben, das war ja, das war ja auch das Fantastische. Ähm, Cactus Jack, einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste, der Hardcore-Wrestler, der dann bei der ECW auftaucht, dann am Anfang auch eine coole Geschichte mit Mikey Wippeck hatte und so und dann später, aber dieses, wo er dann auch gesagt hat, nee, nee, er wrestelt jetzt, ganz normal, kein Hardcore-Wrestling mehr, der Anti-Cactus Jack, das hat die Fans auch so gegen ihn aufgebracht. Das ist ein Wrestler, ein großer Wrestler, wo man wusste, der ist auch für die ECW, vielleicht auch Backstage, total wichtig. Man hat sehr viel Wissen weitergegeben und so Namen im Kader zu haben, das ist auch schon total wichtig. Deswegen auch zu Recht ein Cactus Jack, sehr wichtig für die ECW und auch zu Recht in der Top Ten. Ja, auch natürlich da, die Matches waren jetzt nicht herausragend irgendwo, aber er war eben da ein Charakter und ECW war auch immer eine Spielwiese, wo sich Wrestler ausprobieren konnten und die Promos, die er damals gehalten hat, gerade diese Anti-Hardcore-Promos, die waren bahnbrechend, die waren richtig gut, das ist auch auf einem Level mit dem, was irgendwie Steve Austin gemacht hat und dafür war ECW gut, dass man da auch mal probieren konnte, in welche Richtung man geht und natürlich der legendäre Abschied von einem Mick Foley-Cactus Jack aus ECW mit Mikey Wipbrek und Stevie Richards, den darf man ja auch nicht vergessen, wenn die drei tanzend im Ring stehen und da das Beinchen schwingen, das war auch schön. Als nächstes habe ich deinen Liebling, Raven, auf dem Plan gehabt, weil ich eben auch finde, dass er nicht mehr extrem wichtig gewesen ist für das Produkt an sich, sondern er eben auch bei ECW quasi seine Berufung eigentlich gefunden hat, er hat seinen Charakter gefunden, er hat ja da auch, Backstage war ja ein wichtiger Teil, was Creative angeht und war natürlich mit seiner Fede gegen Tommy Dreamer, diese ewig lange Geschichte mit ganz vielen Hin und Her und ganz viel Drama, das ist was, das ECW geprägt hat und er war einfach ein absolut faszinierender Charakter und auch hier, den hast du einmal gesehen bei ECW und du hast ihn sofort verstanden und du hast ihn danach auch nicht mehr vergessen und das finde ich so faszinierend an ihm. Ja und meiner Meinung nach auch viel zu weit unten in deiner Liste. Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass er relativ früh die ECW wieder verlassen in Richtung WCW, später war er noch bei der WWE aktiv, aber gerade die Zeit, die er hier bei der ECW hatte, die war wichtig und ich glaube, wenn er länger da geblieben wäre, wäre er auch ganz weit oben auf der Liste gelandet, weil gerade, du hast es gesagt, die Geschichte mit Tommy Thurman, mehr muss ich da gar nicht zu sagen, das war die prägende Fede über die ganzen Jahre bei der ECW oder eine der prägenden Feden auf jeden Fall und auch das Raven's Nest, die Gruppierung, Raven als Charakter, der hat ja auch die Pitbulls am Anfang dabei gehabt, später die Dudley ist ja auch eingeführt, also der war wirklich sehr entscheidend und wichtig für die ECW und ich glaube, in meiner Liste würde der mit einem anderen Wrestler um die Top-Positionen kämpfen, wenn man so die Hochzeit der ECW sieht. Okay. Nächsten habe ich Terry Funk. Shaggy, über Terry Funk haben wir doch gar nicht so viel gesprochen eigentlich bei Headlock, oder? Ja, auch weil er da, weil er, Terry Funk, aber warum auch immer nicht so oft über Headlock, also er ist einer meiner Lieblinge of all time, einfach weil das auch so ein Stehaufmännchen ist. Bei Ric Flair denkt man immer, ach, warum ist er wieder zurück in den Ring gekommen? Bei Terry Funk, ich meine, klar, der gehört in den Ring, ich glaube, der wird auch vielleicht nochmal zurückkommen, man weiß es nicht. Terry Funk ist eine Wrestling-Legende, das ist die Hardcore-Legende schlechthin und ohne einen Terry Funk würde es einen Cactus Jack so auch nicht geben. Und ich glaube auch, dass der Wrestler ganz am Anfang, als die ECW groß wurde, dabei war und auch in den Main Events stand, war er entscheidend für den Erfolg von ECW. Der hat der kleinen Hardcore-Liga einfach den Stempel Hardcore aufdrücken können, weil niemand so Hardcore ist wie Terry Funk. Genau, war natürlich auch Champion, wie du schon hier richtig angedeutet hast, war zweifacher ECW World Heavyweight Champion, war einfacher ECW Television Champion, ist in der Hardcore Hall of Fame von 2005 und du hast richtig gesagt, natürlich bei Barley Legal hat er da ja auch wirklich in diesem wilden Match, nach diesem Leiter-Brawl und nach diesem Hardcore-Match hat er sich ja dann auch von Raven den Titel geholt und allein dafür finde ich es schon mal so wichtig, weil natürlich den ersten Event-Headline und dann eben auch noch in dieser Position, das ist was Besonderes und Terry Funk, den muss man da auch würdigen und ich finde, Terry Funk natürlich steht immer so ein bisschen hinten an irgendwie, wenn man so über die größten Wrestler aller Zeiten spricht, aber der gehört da auch irgendwo absolut rein als verrückter Texaner ohne den, hätten auch Leute wie einen Ric Flair-Tiles nicht funktioniert und der ist jemand, der absolut seine Fußstapfen im Wrestling hinterlassen hat und der für die ECW auch sehr, sehr wichtig gewesen ist, so muss man es ganz klar so sagen und deswegen hab ich ihn jetzt hier bei mir relativ weit oben, also so Mitte oben in der Top Ten positioniert und dann auch noch vor einem Shane Douglas, Shaggy. Na, hinter einem Shane Douglas. Ja, genau, hinter einem Shane Douglas. Der kommt bei dir in deine Liste auf Platz 6 und das auch meiner Meinung nach zu unrechen, weil das ist wirklich der andere Wrestler, den ich neben Waven nennen würde, wenn es um die Top-Position geht bei der ECW, einfach weil meine Lieblingszeit bei der ECW geprägt wurde von einem Shane Douglas oder einem Waven, gerade Shane Douglas mit der Triplungszeit oder als World Champion, der einfach den Titel, ja, worum es ging, ihn den Titel abzunehmen. Ich hab's am Anfang schon mal gesagt, der Startschuss für Extreme Championship Wrestling lief ja auch durch Shane Douglas. Der war enorm wichtig für die ECW und wenn der jetzt dann auch nicht zur WWE gegangen wäre und dem Geld gefolgt wäre als Dean Douglas dann erstmal, dann wäre es auch sicherlich größer geworden. Nach seiner Rückkehr hat er ein bisschen was verloren, wie ich fand, an dem, was vorher da war. Er war für mich in der Zeit, als er World Champion war, der wichtigste Wrestler von ECW. Ja, das war er auch und an ihm ist ja auch jemand wie ein Tess zum Beispiel gewachsen. Das darf man auch nicht vergessen. Also ohne die starke Regentschaft und auch ohne das Charisma und die Ausstrahlung eines Shane Douglas, glaube ich, hätte dann auch ein Tess nicht so gut funktioniert. Ich glaube, es kommt natürlich sehr stark bei dieser Positionierung drauf an, wo man den Schwerpunkt setzt und irgendwie so diese Langzeitkonsequenzen und ich finde, dass ein Shane Douglas natürlich klar, dieser Startpunkt ist extrem wichtig, aber irgendwie ist er für mich tatsächlich da nicht so prominent in meinem Kopf verankert. Deswegen habe ich ihn da hier auf Platz 6 gesetzt. Auf Platz 5 ist bei mir der Sandman. Ich war nie ins Freund der Sandman, muss ich dazu sagen. Ich fand seine Matches immer grauenvoll oder humorig, witzig, aber ich fand sie immer ganz, ganz schlimm. Aber er ist trotzdem jemand, der für mich absolut symbolisch für ECW steht und hey, der Entrance, ne? Ja, der Entrance, der ist fantastisch, bleibt fantastisch. Vielleicht nicht auf WWE-Network, weil da läuft kein Inter-Sandman, da läuft irgendeine andere Musik. Das ist sehr, sehr schwierig, weil Inter-Sandman und Inter-Sandman, das gehört einfach zusammen und gerade der Entrance waren die größten Momente von ECW. Das waren nicht die Matches, ne, die waren vollkommen egal beim Sandman. Es war der Einmarsch und der war immer richtig cool, aber er hatte auch geile Stories, als er blind war oder auch die Fäde mit Dwayne. Das klingt so geil. Er hatte eine geile Story, als er blind war. Ja, das war doch, ach, das war doch schon cool. Ich mochte ihn sehr und er ist für mich, ja, neben Tommy Dreamer auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar noch mehr das Gesicht für ECW. Wenn ich an ECW denke, an ECW höre, dann sehe ich den Sandman im Publikum mit der Zigarette im Mund, mit der Bierdose und dem Singapore Kane. Die Fans fassen ihn an und freuen sich mit ihm und singen zusammen. Inter-Sandman, das ist für mich ECW. Ja, du hast es gerade angesprochen, auch die Fäde mit Tommy Dreamer natürlich absolut wichtig gewesen. Die Matches waren da eher immer ein bisschen schwierig. Da hat man dann eben auch gemerkt, das ist auch eher ein Wrestler gewesen, der für die Live Crowd dann irgendwie funktioniert hat, weil dann eben diese Brawls durch das Publikum da, das war dann schon was Besonderes, wenn du da gewesen bist, weil diese, ich glaube, das muss man mal erlebt haben, wie anders es ist, wenn sich quasi Wrestler durch das Publikum prügeln im Vergleich zu dem, wenn du es einfach nur konsumierst und du bist auf einmal dabei und du musst ausweichen teilweise oder wirst weggeschubst oder sonst irgendwas. Und das war gerade auch beim Sandman mal so ein Element, was da mit reingekommen ist. Platz vier habe ich Taz. Shaggy, deine Erinnerung an Taz. Auch zu Recht gerade. Also ich bin jetzt nie wirklich, muss ich leider sagen, nie der größte Taz-Fan gewesen, obwohl er ein toller Wrestler ist gerade. Die Human Suplex Machine, die Aktionen von ihm waren fantastisch, die Taz-Mission am Ende. Auch sein Antrons, der hatte schon was Besonderes. Und am Anfang, die Anfangszeit war ja noch ein Team mit Sabu, später die erbitterte Fede oder auch Taz-Fede mit Shane Dac, das hast du angesprochen. Da gibt es so viele Geschichten, das mit Bam Bam Bigelow, die Momente, die man da erwähnen muss. Einfach Taz war ein großer Name und definitiv einer der größten Namen der ECW. Ja, und jemand, der ja auch seinen Charakter hier gefunden hat eigentlich. Also als Taz-Maniac gestartet, dann schwere Nackenverletzung und im Anschluss dann eben diese Wandlung hier. Und er war jemand, der ja auch Backstage extrem wichtig gewesen ist, da er teils die Art Direction irgendwie gemacht hat. Und ich mochte diese Art und Weise, auch weil er eben anders gewesen ist. Mit dem, ja, diesem MMA-Kämpfer-Gimmick, diesem No-Bullshit-Gimmick, dass er auch Sachen einfach genosselt hat. Die Fede gegen den Bam Bam Bigelow fand ich geil. Auch die Matches gegen den Sabu. Sorry, also, auch da wieder, das war nicht alles gesund, was die beiden gemacht haben miteinander. Aber das war schon verdammt gut. Und die Matches gegen den Bam Bam Bigelow, ich hab die damals absolut gefressen. Und auch die Fede gegen den Shane Douglas darf man hier nicht vergessen. Das war auch richtig gut. Genau, hab ich ja gemeint. Und Taz zu Recht, also, würde ich sagen, weiter oben als sein Cousin Chris Jetty, oder? Knapp. Knapp. Aber Chris Jetty ja auch auf dem Weg in ein Main-Event, wie wir heute gelernt haben. Aber im Main-Event stand auf jeden Fall der Dritte auf deiner Liste. Nicht immer, aber oft. Und ich spreche von Sabu. Ja, Sabu. Absolut verrückter Typ. In der Anfangsphase ja noch wirklich als Hannibal Lecter hier irgendwie porträtiert worden, so ein bisschen, den man dann aus seinem Käfig gelassen hat, den man dann rausgefahren hat mit Mundschutz und allem drum und dran und in Ketten gelegt. Sabu-Matches, also, es ist so schwierig. Sabu war in der Lage, absolute Five-Star-Matches abzuliefern mit seinen spektakulären Aktionen. Sabu war aber auch in der Lage, die schlimmsten Botch-Festivals aller Zeiten zu fabrizieren. Mit dem richtigen Gegner war das Magie. Am falschen Tag war es absolute Katastrophe. Wie ist deine Meinung zu Sabu? Ich finde, der ist so eine ambivalente Persönlichkeit. Und da bist du ein ambivalenter Wrestler, den ich immer irgendwie gern gesehen hab, aber wo auch immer, immer irgendwo hab ich drauf gewartet, dass irgendwas schief geht. Also, bei mir liegt die Ambivalenz woanders, muss ich sagen. Und zwar, zeitlichen Aspekt, als ich's damals gesehen hab, fand ich ihn fantastisch. Ich hab seine Matches geliebt und hab mir da gar keine Gedanken gemacht. Wenn ich's mir heute sehe, denk ich, da ist nahezu jede Match, denk ich, oh je, warum? Also, aus der heutigen Sicht betrachtet, bin ich jetzt kein großer, Sabu-Fan mehr, aber damals war das einer meiner Lieblinge, der war einfach so crazy, der war einfach so verrückt, der sah auch schon so aus, der sah genauso aus, wie das, was er im Ring gemacht hat. Also, das hat einfach gepasst und der war einer der wichtigsten Wrestler der ECW. Im Grunde, wenn man mal jetzt Wave und Shane Douglas außen vorlässt, wenn man, und leider auch Rob Wendell, muss ich sagen, Sabu, Tommy Dreamer, Sandman, das sind so die drei Gesichter der ECW. Ja. Aber er war eben jemand, der ein absoluter Innovator natürlich gewesen ist, mit seinen Aktionen, mit diesen spektakulären Geschichten, auch wie er den Stuhl eingesetzt hat, egal ob's jetzt als Sprungbrett quasi oder dann eben bei Leg Drops, teilweise auch mit Flip hinten dran noch irgendwie. Es war absolut spektakulär, aber es ist auch sehr, sehr oft schiefgelaufen. Also, wie oft er quasi vom Stuhl abgerutscht ist, die Balance nicht auf dem Seil gehalten hat oder sonst irgendwas. Das ist schon, auch schon legendär. Also, auch das gehört irgendwie zu Sabu und auch was für ein verrückter Hund, der gewesen ist, was er sich teils für Verletzungen zugezogen hat. Ich weiß noch, bei seinem Match gegen Taz, wo er sich nach einer Kloster in der Kiefer gebrochen hat und wo du dann eben im Match sehen konntest, wie er sich immer wieder quasi versucht, die Kiefer irgendwie einzurenken oder die Wunden, die er sich einfach mit, ich glaub, das hast du mal erzählt, mit Kleber zugeklebt hat. Mit Kleber zugeklebt, tatsächlich. Oder mit Klebeband teilweise, auch mit Duct Tape. Auch mit Duct Tape, was halt da war. Hauptsache, es blutet nicht mehr. Also, absolut verrückter Hund und jemand, der auch hier sehr, sehr synonym mit ECW steht und auch mit diesem Willen, was man mit seinem eigenen Körper für diese Promotion anrichten möchte, wobei Sabu generell immer so komische, verrückte Sachen gemacht hat. Aber er ist auch jemand, den hast du da eben gesehen und der gehörte auch zu ECW irgendwie. fest dazu. Genauso, wie es ein Tommy Dreamer getan hat, Shaggy. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil ich weiß, dass hier am Tommy Dreamer auch so ein bisschen die Geister scheiden, zumindest an dem Wrestler-Tommy Dreamer. Ja, er ist nicht der beste Wrestler, hat auch einen seltsamen Look und ein seltsames Outfit, aber er ist total wichtig für die ECW. Ja, er ist glaube ich so der Kid oder der Kleber, der die ECW dann noch so lange zusammengehalten hat, weil der schwitzt und atmet auch ECW. Gestartet als so ein Pretty Boy, hat sich aber hochgearbeitet und hat dann ja auch dank eines Ritterschlags mit dem Singaporkane oder mehrerer Ritterschläge. Sehr vieler Ritterschläge, ja. Die hat, ich erinnere dich zum Ritter Hardcore, wirklich auch das Herz und die Liebe der Fans erarbeitet, der hat sie sich wirklich erarbeitet und war auch, die Fede haben wir schon erwähnt, gegen Waven, das ist mit die prägendste ECW-Fede, der war einfach in allen großen Geschichten beteiligt und ist enorm wichtig für ECW. Ja, er war das Herz von ECW, so würde ich es einfach mal sagen. Er war ja auch einer von denen, die bis zum Ende dabei geblieben sind. Ich glaube, er ist auch einer von denen, die längst nicht alles Geld irgendwie aus der ganzen Geschichte rausbekommen haben, aber der hat ECW einfach gelebt und ich war wrestlerisch jetzt nie so der absolute Befürworter von einem Tommy Dreamer. Ich finde, der war immer solide, aber was man ihm halt nie abstreiten konnte, war der Einsatz und das Herz, was er eben hier gegeben hat in jedem Match und er war ja auch der Innovator of Violence, auch die Art und Weise, wie er dann teilweise Guardrails oder andere Objekte eingesetzt hat. Also das war schon sehr, sehr interessant und ich finde, wenn man so diese emotionale Komponente hinter ECW nennt, dann gehört ein Tommy Dreamer da auch für mich sehr weit oben in diese Liste und deswegen habe ich ihn ja auch positioniert in dieser Rolle, weil ich finde, dass er eben einfach, also der verkörpert eben auch ECW ganz, ganz, ganz extrem. Oder wie siehst du das? Ja, total. Ich habe es dir schon gesagt, kann ich absolut nachvollziehen. Das Herz ist gut. Wenn vielleicht ein Sandman oder ein sehr gutes Gesicht der ECW war, da war auf jeden Fall ein Tommy Dreamer das Herz. Enorm wichtig. Ohne ihn würden wir vielleicht heute auch gar nicht mehr so über ECW reden. Ich dachte, dass vielleicht der Sandman eher so die Leber von ECW ist. Dann hat aber die ECW keine gute Leber. Keine gesunde zumindest. Das stimmt. Tommy Dreamer auch. Tommy Dreamer hat auch keine gesunde Leber? Was? Tommy Dreamer hat auch keine gesunde Leber? Nein, ich wollte gerade sagen, du hast meinen Satz nicht vollenden lassen hier. Tommy Dreamer auch ECW-Champion gewesen, mehrfacher Take-Team-Champion, unter anderem auch mit Raven, das darf man dir ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen, auch hier in der Hardcore Hall of Fame gewesen. Also jemand, der da auf jeden Fall auch seinen ganz großen Fußstapfen bei ECW unterlassen hat und da ja auch extrem dran hängt. Das merkt man ja auch in ganz, ganz vielen Interviews, wenn er darüber spricht. Und er ist ja auch sehr emotional verhaftet, einfach was das angeht. Und ich hab auf meinen Platz 1 Rob Van Dam gesetzt, das haben wir schon so ein bisschen angedeutet, weil er jemand gewesen ist, den hab ich mir angeschaut und ich hab das geliebt damals. Also ich hab das mir angesehen, was er da zeigt und er wirkte so innovativ und so frisch und so athletisch und hat auch so einen coolen Style irgendwo gehabt, aber vor allem diese Sprungkraft, die er an den Tag gelegt hat. Also wenn man das erste Mal den Five-Star-Frog-Splash gesehen hat, wo er dann teilweise bis an die Decke fast gesprungen ist, dieser Dive nach draußen gegen Bam Bam Bigelow auch im TV damals, wo er verrückt über die Guardrail hinweg geflogen mit dem Flip oder der das erste Mal den Van Terminator gesehen hat, also diesen Coast-to-Coast-Drop-Kick. Das war damals wirklich was Neues. Heutzutage macht das ein Shane McMahon. Damals hat's dafür einen Rob Van Dam gebraucht. Und da hat man davor gesessen, als er hat das ja im Vorfeld angekündigt gehabt, so ich hab eine neue Aktion, wir werden den Van Terminator sehen. Und dann so, was ist der Van Terminator? So, wir kannten den Van Daminator, also diesen Spin-Kick mit dem Stuhl, aber der Van Terminator, das muss ja das Krasseste sein. Und dann springt er dann halt eben diesen Coast-to-Coast-Drop-Kick. Und ich hab ihn in der ECW geliebt, muss ich ganz klar sagen. Das war mein absoluter Favorit. Muss aber auch sagen, dass ich ihn dann irgendwann auch sehr, sehr langweilig fand, als er bei WWE gewesen ist. Also der beste Warp Van Dam ist meiner Meinung nach auch der ECW Warp Van Dam, das ist auf jeden Fall. Der Feuer war ja noch mal bei der frühen WCW, als Warby V, glaube ich, da kann ich mich noch erinnern, aber ein ähnliches Outfit, aber wir waren dann sehr jung und grün. Aber so bei ECW ist er aufgeblüht. An der Seite von Zabu, das war schon enorm wichtig. Die Matches gegen Jerrelin, wir haben es schon erwähnt, ist auf jeden Fall jemand, der zu Recht in die Top Ten der ECW-Geschichte gehört. Ob er jetzt Platz 1 ist, das haben wir schon erklärt, liegt, glaube ich, auch aufgrund daran, dass er halt später der bekannteste ehemalige ECW-Star wurde. Ja, wo hätte er denn, wer wäre denn für dich die Nummer 1 eigentlich gewesen? Also ich kann jetzt keine großen Lobhymnen auf den Rob Van Damme irgendwie ablassen, das haben wir heute schon so ein bisschen gemacht. Also da sind einige tolle Matches dabei, also auch gerade die Kämpfe gegen Jerrelin, die sollte man sich unbedingt anschauen. Die sind nicht ganz so gut gealtert, muss ich dazu sagen. Gerade auch, weil man Rob Van Damms Aktionen ja auch einfach so extrem oft gesehen hat. Aber auch so ein paar Tag-Team-Matches mit Zabu gegen Leute wie Hakushi Hakushi und Hayabusa damals, also Jinsei Shinsaki und Hayabusa damals. War auch geil irgendwo. Also schaut euch das gerne mal an. Rob Van Damme einmal Television-Champion, dafür sehr, sehr lang, Rekord-Television-Champion und zweifacher Tag-Team-Champion mit Zabu. Aber ich stelle ihn noch mal zurück zu meiner Ausgangsfrage. Wer wäre denn deine Nummer 1 gewesen? Das war ja nicht meine Aufgabe, hier eine Nummer 1. Ach, jetzt kommen aber hier Butter bei die Fische. Aber meine Top 5, also wenn man von einem persönlichen Standpunkt ausgehen würde, da würden auf jeden Fall, ja, ich hab's schon gesagt, Tommy Dreamer, Sandman, Zabu, Shane Douglas sein und auf 1 wäre für mich auf jeden Fall Raven. Und Shane Douglas wahrscheinlich auf 2, dann der Sandman, dann Tommy Dreamer, dann Zabu. So, das wäre, glaube ich, meine Top 5. Na gut. Lass ich das mal so stehen. Das hat auch Spaß gemacht, mal so eine Liga anhand der Stars auch zu betrachten. Das können wir gerne auch öfters mal machen. Ich schlag vor nächste Woche, die größten Stars, die die WCW hier rausgebracht hat. Wir nennen alle beide. Der Gag ist, wir hatten schon mal die größten Stars von WCW. Haben wir alle beide genannt. Ja, das ist der kürzeste Podcast der Headlock-Geschichte. Die sie selber kreiert haben zumindest. Genau. Daniel Dallas Page und Goldberg, oder? Alle beide. Und hier den einen von State Patrol. Und Thunder and Lightning. Die bei Horn of the Manions, oder was? Genau. Nein, da würde man schon noch mehr nennen. Aber so, wenn sie als, also, lassen wir mal Sting außen vor. Der trat ja noch aus der späten NWA mit rüber. Aber so. Aber wir reden ja heute auch nicht über die WCW so. Das ist richtig. Ja, aber auf jeden Fall mal ein launiger Talk hier. Einfach mal so ein bisschen frei von der Leber weg und da auch mal so ein bisschen Erinnerungsschwelgen. Ich glaube, das ist ja auch mal ganz nett, anstatt das immer nur so faktisch irgendwie anzugehen. Weil gerade die ECW lebte ja auch einfach von den Emotionen und von dem Leben dahinter und von dem Herz dahinter. Ansonsten hätte das ganze Ding hier nicht funktioniert. Aber, Shaggy, ich würde sagen, wir machen noch schnell ein paar Fragen. Gerne, aber ich muss ganz kurz das noch mal aufnehmen, was du gerade gesagt hast. Passend zum Sandman, frei von der Leber weg. Genau. Fragen schickt ihr an frage.tetlock.de. Das wisst ihr. Ansonsten Facebook, Twitter, Instagram. Der Brian hat uns hier per Mail erreicht und hat eine Frage direkt an mich geschickt. Nämlich, kannst du mir als Warrior-Fan erklären, was so faszinierend an ihm war? Aber er fühlt das noch so ein bisschen aus. So hier, In-Rig-Skills waren ja eher nicht so vorhanden. Er hat selber erst bei Ruthless Aggression Error irgendwie ins Wrestling gefunden. Naja, ich glaube, damals war das eben so ein typischer, also es war ein ganz klarer Charakter, der auf junge Zuschauer zugemünzt gewesen ist. Ich war damals zehn Jahre alt, zehn, elf, zwölf Jahre alt, als ich den Warrior das erste Mal gesehen habe. Und der war eben, wie der Brian auch schon richtig vermutet, der war eben so ein Superheld. Und ich mochte diese Energie, die er mitgebracht hat. Ich mochte den Look, den er mitgebracht hat. Der sah aus wie jemand, der kennt, der hätte auch bei den Avengers irgendwie auftauchen können oder bei irgendwelchen anderen Comics, die ich damals gelesen habe. Ich habe damals immer noch Conan gelesen zum Beispiel übrigens. Da hätte er auch gut reingepasst. Jackie, wie erklärst du dir die Faszination vom Ultimate Warrior? Weil aus heutiger Sicht ist das wirklich schwer nachzuvollziehen. Ja, es ist tatsächlich schwer nachzuvollziehen, weil die Matches nicht wirklich gut waren. Das eine Match gegen Hogan war schon gut choreografiert. Das habe ich natürlich noch sehr in Erinnerung. Und der Warrior war auch einer meiner Lieblinge. Einfach ist es wirklich nur dieser Large-A-Life-Charakter. Der hatte was Besonderes. Er hat sich abgehoben von der Masse. Der sah einzigartig aus. Der hatte irgendeine ganz seltsame Art und Weise, die einen aber auch angezogen hat. Und ich mochte ihn sehr. Aber aus heutiger Sicht ist es natürlich schwer nachzuvollziehen, wenn man die Zeit damals nicht mitgemacht hat. Ja, das war ja damals einfach diese Zeit, dieser Comic-Charaktere, diese Large-A-Life-Charaktere. Und ich fand ihn halt einfach faszinierend. Ich mochte auch übrigens diese Sache mit dem Gesicht bemalen und so was, diese Maske. Auch das war irgendwie was, was ich total spannend fand. Und die Musik, der Eindruck. Und das Match war da gar nicht mehr so wichtig. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ist auch genauso, wenn du jetzt heute jemanden fragst, warum fandst du Goldberg geil? Und es geht ja da nicht darum, dass der der geilste Wrestler gewesen ist, sondern es geht um die Aura, die diese Wrestler umgeben hat. Und heutzutage reicht das eben nicht mehr aus. Zugleich muss ich aber auch sagen, dass ich mir mehr Wrestler wieder wünschen würde, die so eine große Aura wieder mitbringen würden. Weil das ist was, was mir heutzutage so ein bisschen abgeht. Das mag aber vielleicht auch daran liegen, dass ich einfach älter geworden bin. Oder Shaggy, was denkst du? Ja, ich glaube, das liegt daran, dass du einfach alt bist. Der Brian fragt noch bezüglich der Personalie Kenny Omega, wo wir am Anfang ein bisschen befürchtet haben, dass er zusammen mit Leuten wie den Young Bucks oder Cody, dass sie sich da selbst ins Title Picture booken würden. Aber Kenny Omega, der eine Zeit lang ja mega over gewesen ist bei New Japan gerade, wo wir gesagt haben, hier der größte Wrestler der Welt, der beste Wrestler der Welt, die sechs, sieben, acht Sterne-Matches abgeliefert, neun, zehn, zwölf Bananen. Und ja, der Brian fragt jetzt hier, er wirkte zu Beginn, also der gute Kenny wirkte zu Beginn der AEW relativ blass. Und das auch heute noch. Er hat irgendwie viel von seiner Ausstrahlung eingebüßt. Fans, die ihn nur von AEW kennen, wissen wahrscheinlich gar nicht, was mit dem alles möglich wäre. Hat man hier eine Chance vertan? Könnte er heute nicht ein viel größerer Star sein? Und der Brian ist auch gespannt darauf, ob man das Cleaner-Gimmick zurückbringen wird. Also Shaggy, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber wie siehst du die Personalie Kenny Omega bei AEW? Ich glaube, der Cleaner kommt früher oder später komplett auch zurück. Man hat es ja schon mal ein bisschen angedeutet gehabt. Und ich finde auch gut, dass die Vice Presidents, wenn man sie alle denn so nennen mag, von der AEW, Cody und die Young Bucks und auch N. Kenny nicht sich sofort in den Main Event gepusht haben. Da hätte man sich auch beschwert, wenn das passiert wäre. Also wenn die gleich alle Titel getragen hätten, hätte sich jeder genauso beschwert. Warum machen sie das? Warum auch nicht? Ich glaube, man ist, klar hätte man N. Kenny jetzt früher schon jetzt pushen können, aber ich glaube, das wird kommen. Und er ist immer noch einer der besten Wrestler aller Zeiten. Er nimmt sich ein bisschen zurück, kümmert sich auch ein bisschen um die Damen-Division. Die hat das dringend nötig. Und er, also nicht als aktiver Wrestler, sondern als Agent kümmert sich um die Damen-Division. Und ich glaube aber, früher oder später wird er einer der wichtigsten Stars sein von AEW und auch da zurecht im Main Event stehen. Gerne bitte als Heal. Ich glaube auch, er hat ja anfangs gesagt, dass er eher so der Gatekeeper sein möchte. Also dass er versuchen möchte, auch Talent over zu bringen. Ich glaube, ohne ihn hätte jetzt beispielsweise ein, Adam Page nicht so gut ausgesehen. Ich glaube, die beiden brauchten sich hier so ein bisschen. Also sowohl, dass Adam Page quasi in diesem Tag-Team gewachsen ist, aber dass auch ein Kenny da quasi eine neue Persönlichkeit langsam wieder zeigen konnte und mehr Persönlichkeit zeigen konnte. Klar, wir hatten die Matches beispielsweise gegen Moxley, auch gegen Puck beispielsweise, alles hervorragende Matches. Aber so ganz der Funke ist anfangs auch nicht bei mir übergesprungen. Und ich muss sagen, ich habe diese Matches gegen Okada beispielsweise von New Japan geliebt oder auch gegen Ibushi. Herausragende Dinger. Aber da muss man dann eben auch sagen, ich glaube, dass er sich hier mit Absicht zurückgenommen hat. Dass er gesagt hat, hier, wir probieren erst mal lieber neue Talents zu pushen, als dass ich mich hier in den Mittelpunkt stelle. Und ich glaube auch, genauso wie Shaggy gerade gesagt hat, dass man hier dann eben versuchen wird, dann auf lange Sicht ihn eher da in die Rolle zu stecken. Weil der bringt doch alles mit. Also er muss ja da auch nicht sofort ganz vorne mit dabei sein, sondern man kann auch versuchen, erst mal mit seiner Hilfe quasi neue Talents aufzubauen. Das hat man im Falle von Adam Page sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde. Und seine Fähigkeiten hat er ja in keinem Fall eingebüßt. Sondern das ist eher was, wo man gesagt hat, wir schieben ihn absichtlich ein bisschen zurück. Und der Brian fragt noch bezüglich TV-Quoten. Glaubt ihr, dass es noch zeitgemäß ist, dass man bei der WWE immer noch auf die Quoten guckt und daran den Erfolg messt? Sagt dann hier sowas wie sinngemäß, es gibt so viele Kanäle, worüber man konsumieren kann. Und da kann doch nicht die Einschaltquote das Einzige sein. Wäre es nicht adäquater, schlägt Brian vor, meinetwegen nach Network-Abos zu gehen, Shaggy? Naja, also die Fernsehsender, denen sind die Einschaltquoten ja schon wichtig. Und die Fernsehsender zahlen ja auch die WWE dafür, dass sie ihr Programm da ausstrahlen und verkaufen dadurch auch Werbung. Und das ist ja, glaube ich, das Entscheidende. Klar muss man da zufolge noch auf die Einschaltquoten schauen, weil die wichtig sind für die Werbekunden. Und wenn die Einschaltquoten sinken, ist das Produkt nicht mehr so interessant für die Werbung. Und der Fernsehsender kann dadurch weniger Geld generieren mit dem Produkt. Und deswegen sind die Einschaltquoten natürlich immer noch wichtig. Klar nehmen viele Leute auch die Sendung, jetzt mittlerweile auch Festplatte auf, aber auch die Zahlen werden ja auch berechnet. Aber natürlich sind die Live-Einschaltquoten immer noch für den Fernsehsender entscheidend. Ja, das ist eben das Ding. Und das sind momentan ja auch Haupteinnahmequellen für WWE und auch für AEW, muss man ja auch sagen. Deswegen bleibt das eben trotzdem eine absolut wichtige Geschichte. Also ich meine, WWE verdient bei weitem nicht so viel mit dem Network wie mit dem, was sie bei den TV-Sendern verdient. Mit den ganzen Sponsorings und mit den TV-Deals und so weiter und so fort. Deswegen muss man da sagen, doch, Quote ist wichtig, weil natürlich auch eben die Quote da im Vertrag so ein bisschen entscheidend ist. Klar kann man jetzt sagen, ja, WWE erreicht natürlich viel mehr als nur die Quote. Das darf man eben da auch nicht vergessen. Aber für die Geschäftszahlen an sich ist eben das, was dann am Ende rumkommt, tatsächlich das Geld. Und das hängt nach wie vor sehr stark an den Quoten. Ja, sogar das Entscheidendste. Also man macht mit den Fernseheinnahmen, mit den TV-Geldern, hat man mehr Einnahmen als mit allen anderen Dingen. Also so als einzelnen Batzen gesehen. Deswegen sind für die WWE die Quoten total wichtig. Wenn der Fernsehsender unzufrieden ist und dann, je nachdem, vielleicht will man früher aus dem Vertrag raus, vielleicht will man nach fünf Jahren den Vertrag nicht verlängern beziehungsweise zu anderen Konditionen abschließen wollen, deswegen ist es für die WWE total entscheidend, wie viele Zuschauer live gerade die Wow, SmackDown oder auch NXT schauen. Ja, man muss hier einfach nur die Zahlen irgendwie gegenüberstellen. Also WWE hat ungefähr 1,7 Millionen Abonnenten im Network, mal 10, ganz grob kalkuliert, sind wir bei 17 Millionen Dollar irgendwo. Natürlich dann jeden Monat, das ist nice to have. Aber wenn beispielsweise der Fox-Deal, der auf fünf Jahre hinausläuft, das sind mal eben 205 Millionen US-Dollar im Jahr. So, das ist dann auch eine ähnliche Spanne, über die wir hier sprechen. Und da kommen dann auch Sponsoren, Deals und andere Geschichten mit dazu. Aber da muss man mal rechnen, das sind ja knapp vier Millionen Dollar, die man pro Episode von SmackDown bekommt. Also das ist schon verrückt. Und dann so ein Produkt. Der Philipp fragt noch, haltet ihr es für möglich, dass Jimmy Uso gegen seinen Bruder Jay turnen könnte, zum Beispiel auch bei Hell in a Cell. Shaggy? Möglich ist alles, aber ich glaub's nicht. Also ich mag's, wie man, was man mit den Uso's anschaut, also mit Jay Uso schon. Also bin gespannt, wie es dann auch weitergehen wird. Weil das hat er auch mal verdient. Und wenn dann der verletzte Uso auch wieder da ist, werden die beiden bestimmt wieder im Team antreten. Aber warum nicht? Ich lass mich auch gerne eines Besseren belehren, weil interessant wär's auf jeden Fall. Ich seh das nicht so recht. Weil ich glaube nicht, dass die beiden als Einzelwrestler dauerhaft funktionieren würden. Ich glaube, das wäre ein bisschen problematisch. Ich seh tatsächlich eher, dass die beiden gemeinschaftlich Richtung Roman Reigns irgendwie turnen würden. Das seh ich da tatsächlich eher. Aber nicht, dass die beiden gegeneinander turnen. Ich glaub, das kann zwar passieren, aber ich glaub nicht, dass es bei Hell in a Cell passieren wird. Sondern ich glaube eher, dass diese gerüchtete Gruppierung eher eine wichtigere Rolle spielen könnte. So, und der Jonas hat uns hier noch angeschrieben. Glaubt ihr, The New Day wurde mit dem Draft endgültig gesplittet? Oder sehen wir da in nächster Zeit eine Story, die die drei quasi über die Brands hinweg zusammenbringt? Außerdem, glaubt, möchte ich ja gerne wissen, was wir dazu sagen, dass der Monday Night Messiah jetzt plötzlich bei Friday Night SmackDown aufgeschlagen ist. Und warum man AJ Styles zu Raw gedraftet hat. Also drei Fragen auf einmal, Shaggy. New Day, Split, endgültig? Wir müssen ja dazu sagen, wir haben es ja am Anfang schon mal gesagt, wir nehmen diesen Podcast auf nach dem ersten Split, nach dem ersten Draft, nach der SmackDown-Episode. Und zwar am 10.10. nehmen wir diesen Podcast auf, ausgestrahlt wird er erst am 18.10. Danach war noch der zweite Teil des Draft. Deswegen jetzt mal die Fragen zu dem ersten. New Day, zumindest für den Moment gesplittet, was ich gut finde. Also mit Big E hat man ja einiges vorgehabt. Und ich hoffe, den Weg geht man auch weiter. Und man hat jetzt einfach den zurückkehrenden Kofi und Xavier, wo ich mich freue, dass wir wieder zurück sind, die Titel gegeben, die Tag-Team-Gürtel, und schickt sie zu Raw. Und ich glaube, ja, für den Moment werden New Day erst mal gesplittet. Finde ich nicht schlecht, finde ich eine gute Möglichkeit. Ohne, dass man jetzt hier einen Heal-Turn ansetzt. Und langfristig gesehen werden die sicherlich wieder irgendwann zusammen antreten. Aber so für den kurzen Moment ist New Day erst mal Geschichte. Zumindest so, wie wir sie kannten. Ja, das sehe ich auch so. Also das wird man jetzt erst mal durchziehen. Die Art und Weise, wie man es gemacht hat, fand ich alles andere als ideal. Weil das war schon so ein bisschen ... Ja, ich meine, warum holst du nur Xavier Woods und Kofi und lässt den guten Big-E irgendwie da drüben, nur damit dann eben SmackDown im Nachgang mit dem nächsten Draft sich den holen kann. Warum holst du nicht alle drei direkt? Oder warum machst du es nicht anders? Warum holst du nicht erst mal alle drei zu Raw und dann sagt SmackDown, ey, 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 wir holen doch noch Big-E hier rüber, weil den wollen wir behalten. Die anderen beiden könnt ihr haben. Wäre ja nicht gegangen, weil die können ja nur einmal getraftet werden in diesem Fall, jetzt nach den neuen Regeln. Alle, die in dem Worcester sind für diesen Draft an dem Tag, können auch nur einmal getraftet werden. Ja, an dem Tag. Nein, aber ganz im Ernst, Regeln schlegeln. Aber man hätte es doch irgendwie ein bisschen eleganter lösen können. Das war auch jetzt quasi auch nur eine kleine Ausrede, die auch total unsinnig war, weil Regeln, du hast es gesagt, sind ja meistens auch egal. Die macht man sich so, wie sie einem gefallen. Ja, aber vielleicht haben sich ja hier die Chefs von Raw und die Chefs von SmackDown unterhalten, die haben gedealt und haben gesagt, der Roboter von Fox war ja auch noch mal dabei, dieser Roboter-Footballer wahrscheinlich. Und der hat einfach gesagt, nein, Biggie, bleib bei uns. Und dann haben die von Raw gedacht, oh, wir haben keinen Roboter-Footballer, wir haben Angst. Okay, machen wir so. So kann ich es mir erklären. Ich weiß es nicht. Ich fand das irgendwie ein bisschen unglücklich. Ansonsten mal gucken, wo dahin der Weg für New Day und für Big E geht. Angeblich soll ja Big E heißer Favorit sein auf den Rumble-Sieg in diesem Jahr. Das finde ich auch ein bisschen schwierig. Wie siehst du die Rolle von Seth Rollins bei SmackDown? Ja, der Monday Night Messiah ist jetzt Geschichte. Jetzt wird es der Friday Night Messiah. Nein, das passt ja dann auch nicht mehr. Er hat ja selber gesagt, der Name ist nicht so wichtig. Es geht ja darum, das was er aussagt. Und ich dachte in dem Augenblick, ich habe es ja, ich habe mir SmackDown mal komplett angesehen, was ich ja nicht mehr so oft zeitlich schaffe, aber diesmal komplett am Stück, gleich am nächsten Morgen. Meistens schaue ich das ein bisschen verteilt. Ja, und dann stand er da. Und mein erster Gedanke war, als ich gehört habe, es ja vorhin wechselt, habe ich gedacht, ja, endlich ist die Geschichte mit den Mysterios vorbei. Tja, und dann kam es ganz anders. Dann kam es leider. Also, dann kamen leider auch noch die Mysterios rüber zu SmackDown. Und, naja, ich finde, H.S. Diles, der ist ja zu Raw gegangen, sicherlich auch, um ein bisschen einem Paul Heyman aus dem Weg zu gehen, möglicherweise. Das heißt ja, die sind ja überhaupt nicht gut aufeinander zu sprechen. Letzten Endes sind beides auch Profis. Und Paul Heyman ist ja nicht mehr in der Position, die er bei Raw hatte. Klar, hatten H.S. Diles keine Lust. Er fühlt sich von einem Paul Heyman hintergangen. Aber man hat einfach so gleichwertige Wrestler wie einen Seth Rollins an der H.S. Diles, so würde ich jetzt mal sie mal bezeichnen, getauscht. Ja, das sehe ich mich auch so. Dass man einfach hier einen Switch gemacht hat. Nicht Eye for an Eye, sondern Heal for an Heal irgendwo. Und man hat dann eben einmal das Personal getauscht. Und ich sehe das nicht wirklich dramatisch. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass man nicht die Mysterio-Familie hier und Seth Rollins irgendwie auseinandergehalten hat. Aber, ja, und H.S. Diles bei Raw, warum nicht? Also, das hat man ja schon im Vorfeld gemunkelt. Und ich glaube auch, dass dem guten H.S. Diles hier mal ein neues Umfeld mal wieder ganz gut tun würde, um da auch mal wieder neue Gegner zu bekommen. Man darf nicht vergessen, weil der größte Pick ja ganz am Anfang in der ersten Runde des Thor-Afts schon passiert ist, das Hurt-Business bleibt bei Raw. Ich dachte, der größte Pick war, hey, Mandy Rose ist jetzt übrigens offiziell bei Raw. So, nein, wirklich? Ist doch erst vor drei Wochen angekündigt worden. Dana Brooke auch. Nee, der größte Pick war natürlich, weil sie das ja gleich vier Wrestler waren. Das Hurt-Business. Ach so. Best, das ist nämlich, wie Stephanie McMahon gesagt hat, Best for Business. Sowas von. Aber Shaggy, ich glaube, dann sind wir durch hier. Es sei denn, du möchtest noch was sagen. Ähm, nein. Okay. Dann eben nicht. Dann bleibt mir noch zu sagen, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ach doch, Scholl, ich möchte allen danken, dass sie mir zum Geburtstag gratuliert haben, denn das wird ja am 18. Oktober ausgestrahlt. Das ist ein Tag nach meinem Geburtstag. Vielen, vielen Dank, liebe Hörer, dass sie mir alle gratuliert hat und Geschenke geschickt haben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mir gerne jetzt noch gratulieren oder auch jetzt noch Geschenke zuschicken. Ich nehme die auch gerne im Nachhinein noch an. Da freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank. Ihr seid die Besten. So. Und die allerbesten, äh, Hörer der Welt bekommen natürlich nächste Woche auch wieder neue Podcasts. Da haben wir dann hier eben die Preview zu Hell in a Cell am Start. Die Review ist dann auch geplant. Also freut euch darauf. Und natürlich auch, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wisst ihr, könnt ihr das auf patreon.com slash headlock.de und steadyhq.com slash headlock.de gerne tun. Auch da aktuelle, ähm, Episode von Head to Head ist online gegangen. Wir haben die Helden aus der zweiten Reihe. Wir haben das Magazin. Wir haben jetzt No Holds Barth. Also ganz viel exklusiver Kram da. Unterstützt uns gerne, ähm, bei Steady auch per Banküberweisung möglich, per Bankeinzug möglich, bei, ähm, Patreon ganz einfach per PayPal. Ganz easy. Ähm, mit, äh, mit zwei beziehungsweise fünf Euro seid ihr da schon dabei. Und in dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.